Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen. Heute sind wir ganz besonders froh in einem Bereich, den wir eigentlich nicht so besetzt haben in diesem Haus, einen Mann von so einem, ja, begeistern konnten, dass er hierher kommt. Sie erinnern sich, das ist eine ganze Reihe von Vorträgen, die den Titel trägt, Schlaglöcher. Wir wollen an bestimmten Punkten Stichproben nehmen, wie diese Bereiche einzuschätzen sind. Wir hatten Benedikt Weibel zur Bundesbahn und zur Generalbewertung, des Zustandes. Wir werden auch über die Medien sprechen demnächst, heute Wirtschaft. Und wir sind sehr glücklich, dass wir Michael Hüther hier begeistern konnten. Sie alle kennen ihn aus dem Fernsehen, möglicherweise auch aus Post-Podcasts. Verständlich, klar und unmittelbar sozusagen in seinem Urteil über das, was wir generell sagen, die wirtschaftliche Lage. Wenn solche Thesen geistern, spart sich Deutschland zu Tode oder sind wir verlässlich, pessimistisch, dann bekommen Sie hier eine Antwort, die nüchtern ist, die sachlich ist, die begründet ist. Und das ist etwas, was in einer nicht so kommunizierten Öffentlichkeit wichtig ist für uns alle. Ich finde auch das Schöne an dem Hintergrund der Ausbildung in Ökonomie und Geschichte, das gibt der Sache immer auch so eine Tiefe, dass man, wenn man in der Biografie von Herrn Dr. Hüther liest, dass er auch über den Dreißigjährigen Krieg sprechen konnte oder publizieren konnte, dann ist das also sozusagen nicht out of context. Im Übrigen lehrt er auch in Stanford, insofern ist die unmittelbare räumliche Vergleichbarkeit ebenfalls gut genährt. Und so, haben wir geglaubt, werden wir heute Abend etwas sehr Verlässliches dafür bekommen, was wir die wirtschaftliche Lage Deutschlands, Europas nennen. Und wir sind sehr froh, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Herr Dr. Hüther. Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und die Einladung hier nach Heidelberg, meine Damen und Herren. Ich werde Sie aber nicht rein ökonomisch belästigen heute Abend, sondern in der Tat, glaube ich, auch von dem Rahmen hier und auch von der Perspektive dieses Hauses etwas breiter fassen und das verknüpfen, was ich als Historiker und Ökonom im Augenblick eigentlich für dringend halte. Jetzt können Sie erst mal fragen, wie kommt der jetzt zu der Überschrift, die Politisierung des Ökonomischen? Will er bekannt geben, dass er jetzt nicht mehr so naiv ist, wie er vorher war, sodass das Ökonomische tatsächlich einer politischen Rahmung bedarf? Nun, wissen Sie ja, die deutsche Betrachtung in soziale Marktwirtschaft, die Ordnungsökonomik, Freiburger Schule, war ja davon geprägt, zu verstehen, dass das Ökonomische nicht isoliert ist, sondern dass es auch eine Konsistenz und eine Interdependenz der verschiedenen Ordnungssysteme gibt, des politischen, des kulturellen, des Rechtssystems, des gesellschaftlichen, im Unterhalt des ökonomischen. Das ist auch nicht gemeint. Was ich am Anfang einfach versuche, uns deutlich zu machen, ist, dass wir derzeit aus zwei großen Trends, aber eigentlich aus drei Trends, zwei sind in der Überschrift angesprochen, aus geopolitischen grundlegenden Veränderungen und mit Blick auf das, was der Klimawandel uns abverlangt und die Klimapolitik, eine politische Intervention in Breite und Tiefe in das Ökonomische erleben, wie wir sie so eigentlich in den letzten Jahrzehnten eigentlich nicht erleben. Es stellt auch unsere ordnungsrischen Vorstellungen auf den Kopf. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Wenn die Frage aufgeworfen wird, ob man denn nun Unternehmen auf dem Weg hin zur klimaneutralen Produktion auch noch Geld geben soll und nicht nur mit dem CO2-Preis ihnen einen Kostenanreiz setzt, dann ist das ja nicht nur Ausdruck der Tatsache, dass irgendwelche Subventionskünstler, die es immer gibt, sich auch noch da eingefunden haben, das können wir auch so machen, sondern es ist ja Ausdruck der Tatsache, dass dieser Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaft und Gesellschaft per Termin erfolgen soll. Das ist ja nichts Beliebiges. Wir wollen irgendwie zur Mitte des Jahrhunderts, Klimagesetz sagt 2045, die Europäische Union 2050, China sagt 2060. Und wenn Sie mit den Klimaforschern sagen, ja, irgendwie zur Mitte des Jahrhunderts wollen wir etwas erreichen. Das war noch nie sozusagen Aufgabe einer wirtschaftspolitischen Gestaltung. Und deswegen intervenieren wir an ganz, ganz vielen Stellen. Wir intervenieren, indem wir über CO2-Preis, über Wasserstoffsubventionierung, den Umbau von chemischer Produktion und Stahlproduktion hin zu einer klimaneutralen möglich machen. Aber wir machen das auch, indem wir gleichzeitig noch auf der Nachfrageseite Leitmärkte entwickeln. Das heißt, wenn Sie sich vorstellen, ein Unternehmen kriegt einen Kostenanreiz durch den CO2-Preis und wir organisieren Wasserstoff. Gleichzeitig sagt er, aber er ist ja trotzdem teuer, ich kriege das Zeug, was ich dann ja so produziert habe, gar nicht weg. Also, und das sagt auch beispielsweise der wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums, brauchen wir auch Leitmärkte. Also wir müssen dort auch noch eine Voraussetzung schaffen, dass dieser Absatz auch sich rechnet und irgendwie gelingt. Die zweite Politisierung hat zu tun mit der veränderten geopolitischen Lage. Die Zeit der zweiten Globalisierung, wie ich sie nenne, die seit 1980 oder 1990, je nachdem, wie Sie schauen wollen, dann gekommen ist eine zweite Globalisierung der industriellen Welt, steht nun unter völlig veränderten Bedingungen. Denn diese letzten drei Jahrzehnte oder vier Jahrzehnte, je nachdem, wie Sie das grob nehmen wollen, ob Sie sagen, 1978, Oktober 78, mit der Rede Deng Xiaoping's im Volkskongress in China, sagen wir, nutzen ab jetzt die marktwirtschaftliche Effizienz und die kapitalistische Effizienz, aber bleiben das, was wir sind. Oder wir nehmen 1990 Fall, der Mauerfall des Eisernvorhangs. Das ist jetzt nur ein gradueller Unterschied. War aber letztlich geprägt von unserer Wahrnehmung, dass das Ökonomische dominiert. Dass die ökonomische Globalisierung eine Eigentriebkraft hat, die auch das andere mit befriedet. Also die pazifizierende Wirkung von Handel beispielsweise ist die eine These. Die andere These oder Erwartung, als George Bush Senior Präsident war, vor über 30 Jahren, 32 Jahren, hat man gesagt, wir müssen mit China nur Freihandel treiben, dann werden sie auch zur Demokratie. Genau, stellen wir fest nicht, sondern wir stellen fest, Globalisierung ist ein permanenter Conflict of Interests. Wir haben ganz unterschiedliche normative Perspektiven darüber. Und das ist sozusagen die Sichtweise, warum ich von einer Politisierung des Ökonomischen spreche. Und das will ich Ihnen in fünf Punkten ein bisschen beleuchten. Ich habe drei Punkte anfangen, die versuchen, den Scheinwerfer aufzusetzen. Und der ist jetzt gar nicht so ökonomisch. Erste schon die säkulare Transformation, also die Prozesse, ich nannte, etwas näher zu betrachten. Der zweite Aspekt, zweiter Abschnitt ist überschrieben, da werden Sie jetzt wundern, das Ende der europäischen Moderne, weil ich davon überzeugt bin, dass das, was wir gerade erleben, keine Kurzgeschichte ist, keine Veränderung von Bedingungen hier und heute, die morgen mal wieder anders aussehen, sondern dass es sich einordnet in einen säkularen Prozess, der die Position Europas in der Welt betrifft. Und der dritte Gedanke, der dritte Abschnitt, etwas zu tun mit Öffentlichkeit, das moderne Gesellschaften, auch moderne Ökonomien, Abschied von der Öffentlichkeit, das heißt ja auch das Buch, darum geht es ein Stück in diesem Abschnitt, weil ich glaube, dass diese Form von Öffentlichkeit, von Miteinander ins Gespräch kommen, im täglichen, normalen Miteinander, dass das ein Ausdruck ist, auch von funktionierenden, liberalen, marktwirtschaftlichen, demokratischen Gesellschaften. Und dann gibt es zwei Punkte am Ende, Punkt 4 und der 5, die ein bisschen versuchen zu fragen, wie es denn gehen könnte. Und die eine Frage ist sicherlich, wir brauchen viel, viel mehr Effizienz. Also wo liegen denn die Reserven, die Potenziale für eine solche Effizienzrevolution in einem Zeitalter, wo wir Produktivitätsrätsel sehen? Also wir stehen überall, ganz tolle technische, neue Anwendungen, wir sehen da bei der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung keine Produktivitätsgewinne, die das irgendwie eskoptieren. Und wir haben den Alterungsprozess, der natürlich Sequenzen nicht nur bei uns herausruft. Und der letzte Gedanke hat etwas zu tun mit gesellschaftlicher Resilienz und der Frage, wie Gesellschaften in diesem Weg sozusagen ihren Weg finden können. Also dieser säkulare Wandel, und das ist mein erster Punkt. Ja, wunderbar, wunderbar. Also mein erster Gedanke, das ein bisschen auszuführen, was wir gerade erleben. Ich hatte es angedeutet, es sind besondere Herausforderungen des Politischen, aber es sind vor allen Dingen auch Herausforderungen, die die 200 Jahre der industriellen Entwicklung seit der Industriellen Revolution verändern. Also wir wollen, das ist ja etwa vor 200 Jahren gewesen, als durch Nutzung von Kapital etwas erstmals in der Weltgeschichte möglich wurde, das nämlich Bevölkerungswachstum und Einkommenswachstum pro Kopf gleichzeitig möglich. Die Geschichte bis dahin, bis 1800, 1820, war eine Geschichte, die geprägt war davon, dass Bevölkerungswachstum immer nur kurzfristig überhaupt möglich war in günstigen klimatischen Verhältnissen. Wenn es klimatische Änderungen gab, hat das sofort zum Entzug sozusagen der notwendigen Ernährungsbasis geführt, das Malthusianische Bevölkerungsgesetz, der geometrischen Reihe, der Bevölkerung, der arithmetischen Reihe, der Nahrungsmittelproduktion. dies Letztere, dem Ersteren die Grenze setzt und deswegen Bevölkerung eigentlich in sehr langer Weise sehr stabil war, aber nicht wachsen konnte, weil es diese Ausstattungsmerkmale nicht gab. Das änderte sich durch Kapitalnutzung, aber auch durch die ganz andere dann Ausbeutung fossiler Energieträger. Und ich will so sagen, ist diese 200 Jahre Industriegeschichte auch eine Geschichte ganz besonders fossiler Energienutzung. Das Zweite, wir haben uns implizit angedeutet mit dem Hinweis auf die veränderte Bevölkerungssituation. Wir haben in diesen 200 Jahren permanent mehr Menschen in ökonomische Prozesse integriert, in marktwirtschaftliche Prozesse integriert. Wir haben auch in den letzten Jahrzehnten bei allen Schwierigkeiten im globalen Süden generell die Armutsquoten reduziert, Lebenserwartungen gesteigert, in den Unterscheidern. Aber der große Prozess der Integration von immer mehr Menschen in dieses ökonomische System ist sozusagen das zweite Kennzeichen. Daraus entwickeln sich neue Möglichkeiten. Heute stehen wir davor, dass die nördliche Hemisphäre, man kann sagen, vielleicht die einzige Ausnahme, das war die USA, hier mit einem besonders zu erwähnen, kommen wir noch drauf, vor Bevölkerungsschrumpfung steht, vor Beschrumpfung des Erwerbspersonenpotenzials und das gilt auch für China. Also wenn Sie sich die nördliche Hemisphäre anschauen, die Frage, wie sie eigentlich damit umgeht, wie der Bereich, der das ökonomische Wachstum trägt. Deutschland ist das nun greifbar, Alterung dominiert, damit ist auch eine Strumpfung des Erwerbspersonenpotenzials verbunden und daraus ergeben sich ganz andere Fragen, als wir in 200 Jahren, wo wir eigentlich immer mehr Menschen integriert haben. Und der dritte säkulare Prozess ist, dass der Krieg der Russen gegen die Ukraine vermutlich der letzte globale Konflikt ist, der seinen Ursprung und seine Prägung in Europa hat. Und wir merken ja schon, dass die Stellungnahme, das Positionsbeziehen zu einem Völkerrechtsverstoß in anderen Regionen der Welt nicht zu den selbstverständlichen Reaktionen und führt wie bei uns. Es gibt bei uns auch, kann ich das anders sein, wenn wir dem Selbstverständlichkeit der westlichen Welt, der transatlantischen Welt, zu sagen, das ist ein Stoß gegen das Völkerrecht und das führt zu entsprechenden, muss zu Reaktionen führen, kann nicht hingenommen werden und sagen Menschen in Südamerika, Lateinamerika, euer Konflikt, was haben wir sozusagen damit zu tun? Und vermutlich ist es auch das letzte Mal, dass die Vereinigten Staaten von Amerika sich als europäische Nation manifestieren. Und das tun sie seit zwei Jahren, seit dem schrecklichen Kriegsbeginn und diesem Kriegsverlauf, indem sie hier unterstützend in eine selbstverständliche Einigkeit eingreifen, wie wir das noch kennen, aber wie es zwischen 2016 und 2020 hätte nicht standgefunden hätte und was wir ab 20, ja, aus Ende 2024 und 2025, je nachdem, wer dann Präsident ist, passiert, wissen wir auch nicht. Auch das zeigt den großen Wandel. Und daraus folgt, dass wir sozusagen in drei Politikbereichen das, was ich als Politisierung meinte, andere Qualitäten erleben. Die Geopolitik dominiert die Geoökonomie. Wir sehen die Rückkehr zu alten Konfliktlagen, Global Power Competition, der Wettstreit der großen Nationen, der Wettstreit der großen Mächte. Danke. Ich, Waldemar Besson, der leider sehr früh verstorbene Politikwissenschaftler und mit dem Gründungssenat der Konstanzer Universität, hat ja seine Antrittsvorlesung die großen Mächte. Und das war das Verständnis des 19., auch der ersten bis 20. Jahrhunderts, wie Politik sich vollzieht, dass sozusagen große Mächte imperialistische Ansprüche stellen und dadurch in Konfliktsituationen geraten. Irgendwie sind wir wieder dort. Die Feststellung, dass die NATO gehirntot sei, wie es Macron einmal formulierte, zeigt sich so nicht. Übrigens ist es auch das Erstaunliche und das Erschütternde, dass dieser Krieg kein Cyberwar ist, sondern ein Krieg in klassischer Artillerie und in ganz sozusagen schrecklicher Form, wie wir das eigentlich kennen. Die Folge davon ökonomisch ist aber, dass wir alle vor Verteilungskonflikten stehen. Denn die Militärausgaben, die wir vorhaben, wenn Sie den Finanzplan der Bundesrepublik Deutschland anstauen, für das Jahr 2027, die dort vorgesehenen Verteiligungsausgaben entsprechen 1,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Versprochen, zugesagt, auch wieder auf der Münchner Sicherheitskonferenz sind zwei Prozent. Es fehlen 42 Milliarden im Haushaltsplan oder in der Planung für 2027. In der Schuldenbremse, das Verteiligungsausgaben sollte man auch nicht kreditfinanzieren, ist das sowieso nicht möglich, stehen wir, und das wird nicht diskutiert, vor einem Verteilungskonflikt. Wir müssen damit andere konsumtive Ausgaben einschränken. Das wird nicht anders gehen. Und das ist ja auch schon mal anders gewesen. Ich meine, zu Helmut Schmitz seligen Zeiten hat die Bundesrepublik Deutschland 3,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgegeben. Aber diese Größenordnung zu nennen um Verteidigungsfähigkeit macht klar, dass Geopolitik hier einen Durchgriff auf das Ökonomische hat, weil die Rahmenbedingungen aller anderen ökonomischen Akteure natürlich davon betroffen sind. Zweite, Industriepolitik. Ich hatte es angedeutet mit der Frage, wie baut man eigentlich eine industriebasierte Ökonomie um? Sie müssen immer eine Erinnerung haben, Deutschland hat einen Industrieanteil immer noch von 20 Prozent. Frankreich, Großbritannien, USA etwa 10, 11 Prozent, je nach dem Detail, aber etwa die Hälfte des Industrieanteils, den wir haben. Das hat Vor- und Nachteile. Es ist auch weder gut noch schlecht. Es ist einfach so. Es ist aus historischen Gründen so, weil die Industrialisierung in Deutschland vor 200 Jahren in 35 Staaten begonnen hat, des Deutschen Bundes. Er hat es 35 Mal Wirtschaftspolitik gemacht. In der Kurpfalz, in der Grafschaft Marke oder was weiß ich, überall. Und das wirkt sich heute im Positiven aus, weil dadurch haben wir ganz, ganz viele Zentren des Ökonomischen, der ökonomischen Kraft und auch der Netzwerke und der Strukturen, die finden Sie in Frankreich nicht. Die finden Sie aber seit Napoleon nicht. Ich will ja ein Land zentralistisch aufstellen. Das ist bis heute prägend. Frankreich war nie in dem Maße industrial. Seit 1970 hatten die nur einen Grad höheren Industrieanteil, als wir heute haben. Wenn ich die Leute ärgern will, sage ich mal, fahren soll mal mit dem TGB oder Eurostar, wie er jetzt heißt, aus Stuttgart nach Paris. Irgendwann verlässt er auch Stuttgart. Wieder alle Erwartungen. da raus und dann fährt er und dann hält er noch dreimal bis dort, dann kommt er an die Grenze, Straßburg und dann fährt er durch. Wo sollte er auch halten? Das etwas spitz gesagt ist nur ein Bild für die Frage der Dezentralität ökonomischen Handelns. Das haben wir nicht. Wenn Sie nur mal, das war in meinem Gedankenexperiment, wenn Sie den Großraum Paris aus Frankreich rausnehmen, reduziert sich für alle anderen Franzosen das Bruttoinlandsprodukt um 14 Prozent. Wir sehen also das ökonomische Gewicht. Wenn Sie den Großraum London aus dem Vereinigten Königreich rausnehmen, verringert sich das Pro-Kopf-Einkommen aller anderen Bürger des Vereinigten Königreichs um 11 Prozent. Sehr lange galt, und dann fangen schon immer die Lacher an. Wenn man Berlin, also Autobahnring A10, wenn man diesen Teil rausnimmt aus Deutschland, erhöhte sich für alle anderen Deutschen aber nur um 0,2 Prozent das Bruttoinlandsprodukt. Heute ist es so, dass mittlerweile Berlin eine dynamisch wachsende Region, das ist ein interessanter Vorgang, ich glaube, es ging auch nicht schneller, eine geteilte Stadt. Aber heute ist es so, dass wenn Sie Berlin rausnehmen, für alle anderen mittlerweile um 0,2 es sinkt. Also insofern werden wir normaler, zeigt Ihnen aber, dass wir nicht diese regionalen Unwuchten haben. Das ist mir ganz wichtiger Punkt, die regionale Balance der deutschen Volkswirtschaft, aus ihren historischen Bezügen verstanden, ist ein hohes Fund, weil wir keinen altindustriellen Nordosten haben wie Frankreich, weil wir keine Mittlands haben nördlich von London, weil wir keine Flyover-Countries in dem Sinne haben. Ja, ich meine, wir haben den Hintertaunus, aber das ist jetzt auch überschaubar und dann sind Sie auch relativ schnell in Frankfurt und kommen da überall hin. Also, Sie sehen es nach, wenn es ein bisschen, ja, am Abend. Also, was ich damit sagen will, dass diese Industrie, Politik, die wir jetzt machen, ein Umbau, das volkswirtschaftlichen Kapitalstocks bedeutet, den wir so noch nicht vornehmen mussten und der auch unter anderen Voraussetzungen steht. Normalerweise sagt man, wenn man modernisiert, also man nimmt ein altes Kapital raus und ein neues rein. Das Neue ist in der Regel leistungsfähiger als das Alte. Wir nehmen aber jetzt, politisch gewollt, und das ist auch der nicht verkehrt, sagen wir, wir nehmen CO2-schädliche Produktionsanlagen raus und nehmen andere rein, aber per se sind die nicht produktiver, sie haben nur einen geringeren CO2-Impact. Das ist eine völlig andere ökonomische Betrachtung. Also wenn ich ein Gaskraftwerk wasserstofffähig in die Produktion nehme oder erstelle, aber ein funktionsfähiges Gaskraftwerk ohne Wasserstofffähigkeit rausnehme, taufe ich eigentlich nur Leistungsfähigkeiten. Aber ich habe noch keinen politischen Zähnseffekt. Das macht die Sache so schwierig und dann noch eine gewisse Verlässlichkeit hineinzubekommen. Genau das führt zu dem, was ich eben sagte, dass wir dann auch eine Subventionskultur haben und das ist natürlich schwierig. Wer nicht, wer doch. sind es nur die Elektrolyseure, denen ich Subventionen ausreiche, welche Effekte löse ich damit aus? Ich will einfach nur sagen, das ist eine Form des Eingriffs, so viel Kritik man an der Bundesregierung haben kann. Mit Blick auf das, was zu tun ist, ein Strukturwandel per Termin 2045, ist dieser verschärfte Eingriff politischen Handelns in die Industriestruktur auch unvermeid. Der dritte Gedanke, die Demografie-Politik, führt einfach dazu, dass wir in Deutschland durch die Alterung natürlich über Migrationspolitik etwas in Gang gesetzt haben, was viele Öffnungen, viele Chancen auch schafft, aber am Ende des Tages können ja nicht alle Länder, die schrumpfen, eine Migrationspolitik dieser Art betreiben. Ich kann sagen, wir sind extra attraktiv, weil ich meine, das große Problem Chinas ist, dass sie ja nicht ein attraktives Einwanderungsland sind. Kommt mir dazu, wir sind ja eigentlich ein attraktives Einwanderungsland. Und trotzdem wird es so sein, dass wir auch über Arbeitszeitpolitik zu reden haben und zwar nicht über Arbeitszeit für Kürzung, sondern über längere Arbeitszeit. Also wenn ein Vollzeiterwerbstätiger in der Schweiz 240 Stunden im Jahr mehr Arbeit als ein Deutscher, dann kann man das eigentlich nicht per se als menschenverachtend und unzumutbar beschreiben. Also wir reden nicht über Sub-Sahara-Afrika- Arbeitsbedingungen, sondern über die Schweiz. Und einfach mal darüber nachzudenken, dass in einer Welt, in der wir eine Schrumpfung erleben, das Arbeitskräftepotenzial, das Erwerbsversorgungspotenzial jedes Mal die Frage zu stellen, das ist eine völlig andere Dimension, als wir, wir haben Jahrzehnte zugebracht, die Arbeitszeit, die Wochenarbeitszeit, Jahresarbeitszeit zu verkürzen. Wenn Sie mal den Anteil der Lebenszeit nehmen, der ein durchschnittlicher Deutscher heute erwerbstätig ist, ist das sehr viel weniger als in 50er Jahren als in 60er Jahren. Jetzt haben wir die Lebensarbeitszeit angepasst, also Erwerbszeit, Rentenzugang auf 67, aber wir reden zu wenig über die Jahresarbeitszeit. Das Jahresarbeitsvolumen ist das. Da kann man mal über Urlaubstage auch reden, da kann man reden über andere Zeitverteilung. Also ich will einfach sagen, diese Konfliktdiskussionen müssen wir führen und führen auch zu einer anderen Intensivierung des Politischen in dieses ökonomische hinein. Vielleicht noch ein paar Beleuchtungen dazu. Sie sehen hier den Geo-Economics Index von Deloitte. Die haben da mit einer Vielzahl von 30 Millionen Datenpunkten bei 14 Indikatoren versucht, das Ausmaß globaler Verpflichtungen zu beschreiben. Was wir sehen ist, es steigt an nach der Jahrtausendwende, das ist relativ plausibel, das war 9-11, steigt es dann an bis zur Finanzkrise, dann purkert es sich so runter und wir sehen über die verschiedenen, schon sind wir auf einem relativ niedrigen Niveau. Das heißt, die globalen Verpflichtungen gehen zurück, das sind vor allen Dingen auch Fragmentierungen der politischen Blöcke. Wir haben davon gelebt, in diesen drei Jahrzehnten zuvor, dass das Ökonomische sozusagen dominant war und damit auch das, was eigentlich gedacht war, Welthandelsorganisation, Meistbegünstigung, Level-Playing-Field, den Rahmen geben konnte. Das ist bei Weitem nicht mehr so. Wir haben auf der einen Seite Rückgang von Interaktionen und wir haben Regionalisierung von Wirtschaftsbeziehungen. Das heißt also, der Westen mehr mit sich. Aber eigentlich müsste der Westen ja viel mehr, viel mehr Kapital exportieren nach Subsaharafrika beispielsweise um andere Lebensmöglichkeiten. Wo soll das Kapital denn herkommen? Die Frage ist, wie organisiert man das eigentlich? Wenn wir aber eine Rücknahme von Integration, von weltwirtschaftlichen Öffnungen dabei sehen. Und wir sehen es natürlich auch global, das muss ich nicht weiter beleuchten, das sind die CO2-Emissionen und das sind nochmal die demografischen Dinge. Für 38 OECD-Länder sehen der Altenquotient, also der Anteil, den über 65, die Jugendquotient, der unter 16, man spricht von Überalterung und Unterjungung. Das sind auch zwei schöne Worte. Aber damit müssen wir umgehen. Das ist nicht per se eine Belastung für die Leistungsfähigkeit, aber wir müssen das managen und wir müssen uns dieser Frage stellen. Ich will nochmal sagen, die Herausforderung, vor der China steht, nach meinem Dafürhalten, noch gar nicht richtig viele Leute, wenn sie sich anschauen, dass mit die Ein-Kind-Politik schon Jahre nicht mehr gilt, aber aktuell die niedrigste Geburtenrate in China. Nach den, selbst da den amtlichen Prognosen der chinesischen Statistikbehörde sind bis zum Ende des Jahrhunderts mit einer Halbierung des Erwerbspersonenpotenzials, so eine Halbierung. Das heißt, wir haben eine dramatische Schrumpfung in China vor uns, für die, die noch keine wirklichen Antworten haben. Man hat viele Probleme, gleichzeitig haben sie so, jetzt im Augenblick, weil das wirtschaftliche System schleift, weil es nicht wirklich in Gang kommt, hohe Jugendarbeitslosigkeit, hohe Probleme, der Vermittlung von Chancen an die junge Generation. Auf der anderen Seite muss man sich immer klar machen, wenn eine ganze Gesellschaft gelernt hat, dass sie nur ein Kind haben, so hat das ja Konsequenzen. Sie haben geplant, was die Immobilien angeht. Sie haben geplant, in ihrem Sparentscheidungen, für ein Kind, für die teuren Bildungsausgaben beispielsweise. Wenn sie jetzt auch mal der nette Onkel Xi Jinping sagt, ach, ich kriege doch wieder zwei Kinder, drei wäre auch schön, oder Adenauer Spruch, Kinder kriegen die Leute immer. Ja, aber schon, wenn sie sich frei entscheiden, in einer Rekulierungsgesellschaft halt nicht, weil es viele langfristige, bindende Entscheidungen, Kapitalentscheidungen, Immobilienentscheidungen, Bildungsentscheidungen auf die Einkindfamilie eingerichtet. Die kommen gar nicht zurecht, die wüssten gar nicht, was man mit dem zweiten Kind machen sollte. Es ist nicht sozusagen, die müssen ihre Finanzplanung, ihre ganzen Entscheidungen, die sie getroffen haben, müssten sie eigentlich in Frage stellen und neu aufsetzen. Und das macht die Sache schwierig. Das ist dieser erste Gedanke und ich würde Ihnen gerne noch drei Punkte anfügen, weil ich vielleicht damit auch nochmal Ihre, sozusagen vielleicht deutlicher mache, was meine Denke in dem Zusammenhang ist. Wenn man solche Prozesse zu versuchen zu verstehen, ich habe mal die Begriffe hier genannt, meine Verständniszugänge, es gibt ein ganz gutes Verständnis, es muss da Hierarchie und Netzwerke gegeneinander zu stellen. Man kann die Geschichte der Weltwirtschaft auch beschreiben als eine Abwechslung von dominanten Netzwerken und dominanten Hierarchien. Netzwerke, also wenn die Politik zurückkommt. Das Ende der ersten Globalisierung der industriellen Welt war der Kriegsbeginn im August 1914, der Erste Weltkrieg. Da haben die Hierarchien sozusagen zurückgeschlagen. Wir hatten vorher in der zweiten Nächsten des 90er eine hohe Integration, eine hohe Mobilität, einen unglaublichen Fortschritt in der nördlichen Hemisphäre, vor allem im transatlantischen Raum, was gemeinsame Wirtschaften, das gemeinsame, auch Informationsaustausch, Wissensdiffusion, großartige Effekte und das, diese Netzwerkdominanz wird sozusagen beantwortet von einer neuen Dominanz der Netzwerke. Und so können Sie das über die Jahrzehnte versuchen zu sortieren. Im Augenblick erleben wir eine Rückkehr der Netzwerke, der Hierarchie, Entschuldigung, die Hierarchien, die sozusagen in diese horizontal geschaffene Zusammenhänge eingreifen, die diese Interaktion, diese grenzüberschreitenden Zusammenhänge in Frage stellen. Und das ist vielleicht kein ganz sinnloser Gedankenansatz. Neo Ferguson hat ein wunderbares Buch dazu geschrieben über Hierarchies und Networks. Vaterabhängigkeiten und Zeitschichten, Sie merken, empfehlen meinen Hinweisen, der auch den Historiker auf die 35 Staaten des Deutschen Bundes. Das ist eine solche Fahrt. Wenn Sie verstehen wollen, warum der Industrieanteil bei uns so ist, was haben wir schon Gutachten geschrieben, auch für die Ökonomen in Brüssel, warum habt ihr eigentlich so viel Industrie? Irgendwie komisch. Naja, es ist halt nicht komisch, es hat Gründe. Es hat Gründe mit diesem Pfad, den ich beschrieben habe, dass 35 Mal Wirtschaftspolitiker, 35 Mal Standortpolitiker, 35 Mal musste der Fürst in diesen kleinen Räumen den Bürgern gegenüber so sagen, dass die frühen Neuzeithistoriker auch liefern. So, und deswegen ist Wirtschaftspolitik gemacht. Das war, wenn der König fern in Paris sitzt, völlig, oder der Kaiser, völlig, völlig irrelevant, wenn die politische Zentrale dort ist, ähnlich in Großbritannien. Das ist eine, eine Möglichkeit, die Dinge zu verstehen und einzuordnen. Und Globalisierung, auch das hatte ich schon angesprochen, ist eigentlich kein rein ökonomischer Vorgang, sondern wir erleben es ein normatives Konzept. Wir verstehen Globalisierung als getrieben über freie Entscheidungen in geordneten Märkten ohne Begrenzung, ohne geografische Begrenzung. Und das als freiheitsverantwortungsbasiertes ökonomisches System als automatisch sich ausweitend. Das ist aber nicht das Bild, was die Chinesen von ökonomischem Handeln haben. Das ist eine reine utilitaristische Sicht auf Kapitalallokation, auf Mobilisierung von Märkten. Und das macht deutlich, wenn man Globalisierung damit auch als Konfliktlage dieser unterschiedlichen Sichtweisen versteht, dass wir einfach hier uns über andere Gemeinsamkeiten zu unterhalten haben. Es sind nicht die Großen, sondern vielleicht die Kleinen. Es sind vielleicht nur ein paar Grundsätze, über die wir uns zusammenfinden können mit den Chinesen, aber halt nicht in der Vorstellung, sie wären dann automatisch wie wir. Also die Expansion des westlichen Modells, die ist eigentlich damit nicht fragwähig. Und was wir im Übrigen erleben, eine neue Dominanz der Heimat oder die Rache unwichtiger Orte. Das klingt jetzt ein bisschen gemein, das ist aber ein Zitat eines englischsprachigen Artikels, die Revanche der vergessenen Orte. Also wenn Regionen meinen, den Eindruck haben, sie sind abgehängt, sie haben kein Anbindungsmöglichen, dann ist das natürlich für die Lebenssituation zentral. Und das haben wir auch in Deutschland. Bei aller höheren, viel höheren ökonomischen Ausgleich und Verbindung der verschiedenen Regionen. Aber das ist ein Phänomen, der britische Journalist Goodhart hat das mit den Anywhere's und den Somewhere's beschrieben, also die einen, die global offen sind, die sozusagen sich für alles freuen, was in der Welt neu geöffnet wird, wo man sich zusammentritt. und die anderen, die auf ihrer Scholle sitzen und das gar nicht einordnen können und die das, was sie erleben, immer als Fernbeeinflussung deuten. Warum beeinflusst mein Leben eine Entscheidung im Silicon Valley? Weil die da einen Datenstandard in einer bestimmten Art und Weise nutzen, der meine Kommunikationsmöglichkeiten betrifft, der möglicherweise auch meine Vertraulichkeit oder die Vertraulichkeit meiner Daten betrifft. Das sind Fernbeeinflussungen, die, wenn man sich das mal durchdenkt, bei vielen auch verstehen kann, dass es zu Abwehrreaktionen führt. Ich glaube, dass es auch ein etwas ist, was nicht nur bei uns gilt. Wenn Sie politische Muster sich betrachten, ist diese Wache unwichtig empfundene Orte eine, die letztlich überall beobachtet ist. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Das ist jetzt der große Rahmen, den will ich einfach nur an drei Büchern Ihnen versuchen einzuordnen. Das erste Buch oder vier Bände ist von Heinrich August Winkler Die Geschichte des Westens. Heinrich August Winkler vertritt in diesem hervorragenden Werk, eindrucksvollen Werk, die These, dass dieser Westen letztlich das Role Model für die Welt ist. Also das, was ich eben schon angetönt habe. Und er sagt, das Projekt des Westens, er markiert es an den unveräußerlichen Menschenrechten, der Herrschaft des Rechts, der Pressefreiheit, der Gewaltenteilung, Volkssouveränität und der repräsentativen Demokratie. Diese Geschichte des Westens, seine These, sei noch nicht auserzählt. Und in den vier Bänden entfaltet er ja aus den langen historischen Faden diesen Weg hin zu einer Welt, in die letztlich westlich von diesen Themen geprägt ist. Die französische, amerikanische Revolution als ein großer Treiber hin zu den universellen Menschenrechten, der Souveränität des Einzelnen, aber auch der Souveränität der Nation. Die industrielle Revolution, über die ich schon kurz gesprochen habe, als ökonomische Selbstermächtigung. Und was wir von Reinhard Koselle kennen, die Begriffsveränderungen in der Sattelzeit zwischen 1715 und 1850, das aus Geschichten auf einmal, die es nur im Plural gab, Geschichte wird, also Geschichte konnte vorher nicht gedacht werden als kollektiv-singular, wie das Koselle nennt. Und Fortschritt, den Begriff Fortschritt gab es nicht. Der ist sozusagen neu in die Sprache hineingekommen. Und das Denken, auch begriffliche Fassung für das Denken im Gesamtsystem, also Gesellschaft, Staat, Nation, ist dieser Zeit geschuldet und gehört sozusagen zur Rahmung dieser europäischen Moderne. Das zweite Buch ist von Roberts The Triumph of the West. Das ist schon ein bisschen älter, 1985 erschienen. Und als ich während meines Studiums als Studienschriftler in Großbritannien war, im Austausch, sagte die Gastfamilie einen Abend, warte mal runterkommen, wahrscheinlich wäre eine ganz tolle Serie der BBC. Das war nicht wie eine BBC-Produktion, The Triumph of the West. In mehreren Kapiteln wird da entfaltet, wie sozusagen, dass, wenn man so will, Herr Winkler den Überbau liefert, an Lebenskonstellationen, an Üblichkeiten, an praktischen Lebensformen, wie das, was der Westen ausgeprägt hat, die Welt in einer Weise insgesamt geprägt hat. Dass es sozusagen der Westen oder die Welt voll ist von geprägten und definierten Formen des Miteinanders, die wir hier haben. Und das endet natürlich nicht das Buch damit, zu sagen, es bleibt der Triumph of the West. Das war schon relativ weitsichtig. 1985, finde ich, ist in der Tat weitsichtig, zu sagen, das ungeklärte Thema für ihn war der Blick auf China. Also schon 1985, wo wir noch wenig gesehen haben von dem modernen China. Das ist ja gerade erst, sehen wir dann im Oktober 78 mit der Rede von Borg und Gores diese Öffnung zur kapitalistischen Wirtschaftsweise vorgenommen hat. Aber hier war sozusagen angedeutet, dass sich da etwas bewegen kann. Aber wir sehen, dass sich dieser Westen als auch getrieben natürlich durch ökonomische Macht, durch militärische Macht in diese Welt hineingepflanzt hat als eine Erfolgsgeschichte. Und es gibt ein drittes Buch, was ich als Verständnismodell Ihnen anbieten möchte. Das ist von sein Aufsatz allerdings in diesem Buch von Joachim Ritter, Münsteraner Philosoph. Joachim Ritter war in den frühen 50er Jahren Gastprofessor in Istanbul. Und als er aus der Türkei zurückkommt, 1956, schreibt er einen Aufsatz über Europäisierung als europäisches Problem. Und ich glaube, wenn man diesen Aufsatz, also mir ist es sogar, als ich diesen Aufsatz gelesen habe, als ich ihn fand, habe ich auf einmal verstanden, was in der Türkei heute passiert. 1923 mit der Gründung der Republik und dem Ende aller Traditionen, was sozusagen Atatürk dann, der Krankemangel am Bosporus, wie der ja im späten 19. Jahrhundert hieß, begann, war ein absoluter Bruch mit den Traditionen dieser Region, mit den eigenen religiösen, kulturellen Traditionen. Und er hat dagegen gesetzt, alles was aus Europa kam. Das Rechtssystem kam aus Frankreich, das Bildungssystem kam aus Deutschland und deswegen auch die lange Tradition, Wissenschaftler einzuladen, dort entsprechend mehrere Jahre auch zu verbringen. Und was Joachim Ritter damit identifiziert ist, Europa überfordert sich selbst, wenn es sozusagen zum Vorbild und Muster anderer ferner Regionen wird und das, was sie dann dort daraufhin tun, diese neue Lebenssituation keinen Bezug zur Herkunft hat. Also wenn Herkunft und Zukunft auseinanderbrechen, so schreibt er, so schön, dann ist eine Gesellschaft wie Konfliktlage beschrieben. Und das hat er 56 geschrieben, wenn Sie überlegen, was wir heute einen Rückschlag in der Türkei, unter Erdogan erleben, im Sinne, nicht Rückschlag aus unserer, sondern mal in einer Rückbesinnung und einer Traditionsdefinition, die völlig anders verankert ist, als wir uns das vielleicht denken und denken, das wirst du eigentlich sich öffnen und warum läuft das eigentlich so, dann, glaube ich, findet man hier ein ganz gutes Verständnismodell. Und das macht auch klar, dass wir dieses europäische, Moderne, glaube ich, jedenfalls nicht mehr per se als globales Phänomen einordnen können, historisch schon, aber nicht in die Zukunft hinein. Und das ist für mich der große Rahmen, warum man auch nicht so viel bewegt, warum so viel anders ist, warum auch die Positionen Europas und die Selbstverständlichkeit, die Europa hat, anders zu bewerten sind und das dann zu entsprechenden Überraschungseffekten und Wahrnehmungseffekten führt, wenn andere etwas anders sehen. Und das einfach als These, als Provokation dieser längere Rahmen, diese größere Geschichte. Wir sehen, das ist die schwindende Bedeutung hier, das ist mal ab 1820, also Beginn der Industrialisierung, die Welt in ihren wirtschaftlichen Räumen. Wir sehen unten Westeuropa, die westlichen Ableger und die sehen dann Ostasien und China vor allen Dingen, dass dann sehr zurückfiel und die Chinesen begreifen das ja auch als ein Irrtum der Geschichte, die 200 Jahre, die mit China 2025 und den Blick auf das Jahr 2049 100 Jahre chinesische kommunistische Machtergreifung China korrigiert sein soll. Bin gespannt, ob ich provoziere damit oder ob Sie sagen, es leuchte ihn ein, aber mein Versuch, das, was ich zunächst beschrieben habe, in diesen größeren Kontext zu setzen. Und der dritte Punkt, Abschied, von der Öffentlichkeit, warum ist der mir so wichtig? Weil das, was die europäische Moderne ja auch ausgeprägt hat, ist ja, wenn man so will, eine Reaktivierung des öffentlichen Raums. Hannah Arendt spricht vom öffentlichen Raum in Abgrenzung zur Privatheit. Die Antike kannte das, aber viel ist dazwischen nicht. Das Alltagsmodell, das Alltagslebensmodell der Vormoderne war die Privatheit. Wirtschaftliche Einheiten waren im Grunde landwirtschaftlich basiert, der Pater Familias, bei der Hausfahrt, es gibt eine ganze Literatur, Hausväter-Literatur, das war nichts anderes als das Management eines landwirtschaftlichen Großbetriebes familiär getragen. Das war auch der Kern von Ökonomie. Ökonomie, das gehörte auch in die Sattelzeit, war bis 1820 nicht Volkswirtschaft, wie wir das denken, nicht Makroökonomie und das System eines ökonomischen Interagierens verschiedener Akteure und das kommt zu einem Gesamtergebnis, sondern es war die eher, wir sagen, betriebswirtschaftliche Zuspitzung und deswegen ist diese Öffentlichkeit, der Gewinn der Öffentlichkeit, der Voraussetzung, dass ich weiß, wo sie beginnt und wo sie aufhört. Sie beginnt nach der Privatheit und sie hört vor der Privatheit auf, dass dieses eine ganz wesentliche Gestaltungsmöglichkeit war für diese Moderne, die Wiederentdeckung des öffentlichen Raumes und damit aber gleichzeitig auch immer eine Ambivalenz begründet. Denn in dieser modernen Welt nach den Revolutionen, französischen, amerikanischen, industriellen Revolution, die Möglichkeit, dass die Menschen sich ganz anders selbst ermächtigen. Das ist ja die Botschaft. Ihr könnt es tun, ihr könnt anfangen, ihr könnt auf eure eigene Basis, auf eure eigene Perspektive, eure eigenen Präferenzen bezogen ökonomische Potenziale entwickeln und in diesem Raum, der dann nach Freiheit und Verantwortung, nach dem Haftungsprinzip, Privateigenheit gestaltet ist, diese Dinge entwickeln. Und gleichzeitig, und das haben ja viele Sozialwissenschaftler beschrieben, führt das auch zu einer strukturellen Überforderung des Einzelnen. Der nämlich in dieser, auch fromm, Furcht vor der Freiheit, damit umzugehen, dass die gestaltende Freiheit, nicht die negative Nein zu sagen, sondern die gestaltende, wie mache ich etwas, eine unglaubliche Last auf uns bringt. Das ist ja nicht mehr die Vorbestimmung im Sinne einer theologischen Betrachtung des christlichen Menschenbildes, wo im Grunde eigentlich alles definiert ist, sondern es ist die Übernahme der Verantwortung für einen selbst. Und in der Philosophie der Aufklärung, nach der Aufklärung von ungefähr des 18. Jahrhunderts, der angeklagte Mensch ist das Thema. Aber wie kommt der jetzt eigentlich damit zurecht? Wie kann er mit dieser Last zurechtkommen und dafür Antworten zu finden, beispielsweise, indem er Regeln schafft. Bürgerrechte sind solche Regeln. Die Marktwirtschaft entlastet den Einzelnen. Weil das Marktergebnis, wenn die Regeln gut sind, das definiert die Qualität. Nicht das, was der Einzelnen. Wir fragen in der marktwirtschaftlichen Ordnung nicht nach den Motiven des Einzelnen. Warum etwas? Wenn es im Rahmen der Rechtsordnung ist, ist es völlig egal. Uns interessieren die Motive nicht. Das wäre der Irrglaube vieler Feuilletons, dass wir immer nach den Motiven fragen. In der freien Gesellschaft wird nicht nach den Motiven gefragt. Und in der Marktwirtschaft auch nicht. Die marktwirtschaftliche Koordinierung sozusagen über Wettbewerbsmechanismen und dadurch dann ergeben Folgen, das ist das, was im Rahmen steht. Die Ordnung des Systems und nicht letztlich, nicht zunächst die Motive. Und wenn man sich ein paar, das will ich nur ergänzen, Tate nimmt, von Friedrich Linger beispielsweise aus seinem wunderbaren Buch »Metropolen der Moderne«. Ich glaube, ich weiß das hinten, können Sie jetzt nicht lesen, ich lese es mal vor. »Die Großstadt ist mehr als nur der Ort, das Laboratorium der Moderne, denn es ist nicht allein der Platz, an dem sich bestimmte Phänomene wie Geldwirtschaft, Konsumgesellschaft am frühesten ausbilden, sondern zugleich der Ort, an dem am prominentesten in den Künsten eine spezifisch moderne Wahrnehmungsweise entsteht. Das ist das, wo die philosophische Anthropologie sagen würde, wir sehen uns. Macht einen unglaublichen Unterschied, ob Sie jemanden nur über Teams und Zoom bisher gesehen haben oder Sie sehen ihn mal hier. Dreidimensional, die Persönlichkeit, die ganze Körperlichkeit, wie Plessner oder Gehlen sagen würde, sind ja genau Ausdruck auch dieser Menschlichkeit in allen Dimensionen. Das heißt, indem wir im öffentlichen Raum miteinander ins Gespräch kommen, die Stadt als besondere Verdichtung des öffentlichen Raums, haben wir auch andere Möglichkeiten, Menschen zu sehen, wahrzunehmen, auch darauf anders zu reagieren. Jürgen Habermas hat die Frage nach der Kommunikation, nach dem Miteinander im öffentlichen Raum beschrieben, die sozialstaatlichen Massendemokratien, so hat er vor 34 Jahren geschrieben, dürfen sich ihrem normativen Selbstverständnis zufolge nur so lange in einer Kontinuität mit den Grundsätzen des liberalen Rechtsstaats sehen, wie sie dem Gebot einer politisch fungierenden Öffentlich, das Gebot einer politisch fungierenden Öffentlichkeit ernst nehmen. Das heißt also, dass es nicht alleine in den Institutionen stattfindet, sondern auch hier in der Bürgerlichkeit, in dem Gespräch, in dem Miteinander Dinge zu erringen und das geht einfach nur dort, wo Menschen vermehrt zusammen sind und wo sie sich treffen, wo sie aufeinandertreffen. Und der deutsche Ökonom, langjährige Präsident des Kieler Instituts, Herbert Giersch, hat da mal vom Vulkan gesprochen, Städte als Vulkane verstanden. Verstand, was meinte er damit? Er hat versucht, Schumpeters für die Feinschmecker im Raum, Schumpeter und Thünen zu verbinden, also Schumpeter, Innovation, neue Ideen, wie entsteht der Durchbruch zu was anderem, Basis-Innovationen. Und Thünen hat ja Wirtschaft in regionalen Betrachtungen, also die Entfernung vom Gut oder von der Stadt, wie ergreift das? Und Giersch hat gesagt, die Stadt, das ist so ein dichter Lebensraum, wo wir eine Fühlungsdichte haben, wo dadurch einfach die Funken sprühen. Neue Ideen, Ideen als Funken sprühen. Und dieses sprüht so weit, dass es immer weiter die dynamische Stadt ist, das Umland mit betroffen. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Zwei Beispiele. Warum, glauben Sie, hat sich Tesla in Grünheide angesiedelt? Waren Sie schon mal in Grünheide? Waren Sie schon mal in Brandenburg? Ja, warum waren Sie nicht in Grünheide? Schöner See, überschaubar groß. Die Nähe zu Berlin. Wenn Sie mal sich anschauen, die haben heute 10.000 Beschäftigte bei Tesla. Davon kommen die meisten aus Berlin. Nicht aus Polen, wie man gedacht hat. Brandenburg haben auch noch ein paar gefunden. Die meisten kommen aus Berlin. Und warum sind die da? Weil Entwicklungsthemen natürlich da, wo Wissenschaftskooperationen möglich sind. In Adlershof, wo ich mich zusammenfinden kann. Warum geht Intel nach Magdeburg? Ich will jetzt gar nicht über so Unternehmen im Intel reden. Also würde ich so sagen, Heidelberg ist schöner als Magdeburg. Das sagt jetzt, also warum Magdeburg? Weil es im Grunde für einen Amerikaner eine überschaubare Nähe zu Berlin ist. Wo wir Humankapital in großer Zahl, ich habe Ihnen eben die veränderte Wirtschaft in einem geändert. Und warum hat Ford seine eine Milliarde Forschungsgelder für autonomes Fahren nach Köln gegeben? Nicht, weil das IW da ist. Warum? Weil die Analyse in Detroit ergeben hat, es gibt auf der Welt nicht nochmal einen Standort, wo man in einer Fahrtdistanz von einer Stunde so viele Wissenschaftseinrichtungen erreichen kann, wie in Köln. Wir haben, das ist ja auch nicht historisch, sondern befund, bis 1960 gab es ja im Ruhrgebiet weder Soldaten noch Studenten. Das war ja mal die Devise, es geht beides nicht. Dann hat man angefangen, wir haben heute im Ruhrgebiet 60 Universitäre und Außeruniversitäre Einrichtung. Das ist nur das Ruhrgebiet. Wenn wir dann von Köln nach Aachen schauen, auf die RWZ Aachen mit ihrem riesen Forschungscampus Milaten, wenn wir nach Bonn schauen, hoch bis Duisburg, dann ist das eine Wissenschaftsregion. Das muss uns erstmal einer sagen, dass das so eine ist, war das Land noch nie drauf gekommen. Das sind solche Themen, wo das Ökonomische, wo sie merken, dass Zentralität und Dichte im Raum etwas ausmacht. Er hat einen Studenten, der ist jeden Tag drei Stunden gefahren, also drei Stunden morgens und drei Stunden abends. Die Distanz fand er auch ganz normal, weil bei der Größe des Landes ist das ja auch normal. Und aus dieser räumlichen Perspektive etwas abzuleiten, für uns zeigt sich auch an solchen Gedanken, bis hier sozusagen Gesellschaft im weitesten Sinne zu verstehen und dass sich da etwas ändert. Das letzte Zitat, das ist ein bisschen das Bild von David Orte, die Pandemie hat was ausgelöst. The most important outcome of the pandemic wasn't that he taught us how to use Zoom, also die Videokonferenz, but rather that it forced everybody else to use Zoom. Sie hat gar kein Argument, das nicht zu nutzen. Weil, ging nicht anders. Das wird nochmal Wirtschaften nachhaltig verändern. Wir wissen noch nicht genau, wo das hinführt. Sie konnten heute übrigens in der Zeitung lesen, dass Christian Seewing bei der Deutschen Bank seitdem er mit einem anderen versucht hat oder versucht, die Leute wieder in die Büros zu holen. Die haben eine Betriebsvereinbarung, die relativ großzügig ist. Er sagt, das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Wenn die Leute zu Hause sitzen, habe ich andere und geringere Innovationsleistungen. Warum? Weil die steht ja auf dem Weg zur Teeküche. Oder da habe ich, ach Mensch, Kollege, du bist auch da. Kollege, ich habe da eine Idee. Da, so fängt man an. Man schaltet aber nicht permanent den Bildschirm an, um mit dem anderen zu sprechen. Es ist wirklich so. Die Innovationsleistung, die sie auch, lebt von der Wahrnehmung des Menschen. Von der Reaktion, die ich dann sehe. Und jetzt versucht er, die Erfüllungskräfte sollen mindestens vier Tage, dann drei Tage, wenn sie es gelesen haben, diesen Aufstand, das ist das Problem, wenn in so einem großen Haus einmal eine Betriebsvereinbarung haben, da können sie auch gleich bei der Deutschen Bahn anfangen. Also das wird schwierig. Das wird in der Tat außerordentlich schwierig. Also diese Öffentlichkeit, das ist mein Punkt nur, dass das etwas ist, was diese westliche Welt ausmacht. Dass wir immer im Dreiklang zu denken haben. Die repräsentative Demokratie, die integrative Zivilgesellschaft und die marktbasierte ökonomische Orten. Das sind nicht voneinander zu trennende Perspektiven. Das ist die eigentlich klassische Sicht auch des deutschen Ökonomen. Wenn ich mir anschaue, wie sich das in der Welt vergleichen lässt, ist das durchaus sehr unterschiedlich. Jetzt kommen die zwei Antworten. Die eine ist die Frage mit der Effizienzrevolution. Wo können wir Perspektiven erwarten? Zunächst einmal das Betrübliche. Sie sehen hier über die Jahrzehnte seit den 60er Jahren in allen OECD-Ländern, dass sich die Zuwächse in der Produktivität verringert. Also man könnte den Eindruck haben, wir verwenden heute mit den Computern, mit den Netzwerken ganz andere technische Optionen und können damit auch schneller agieren, können schneller reagieren, können flexibler auf Antworten formulieren oder auch andere Dinge tun. Bisher sehen wir es nicht in der Produktivitätsstatistik. Meine These dazu ist ja, dass wir so eine Art Gesetz des endogenen Produktivitätskonsums haben. Weil alles das, was stattfindet in dieser Welt, in dieser digitalen Welt, natürlich auch Unsicherheiten auslöst. Nehmen Sie mal den Datenschutz. Frage der Datensouveränität, der Regulierung, die Sie hier reinbringen. Das ist schon etwas, was automatisch zu einer neuen Form von Compliance, von Steuerung, von Steuerungskontrollen führt, die wir so sonst nicht erlebt haben. Und deswegen meine These, wenn Sie mal in Betriebe reinschauen, von unten nach oben, wenn Sie unten digitalisiert haben, sind Sie noch 30 Prozent Gewinn an Produktivität. Das verliert Sie schon bis zur Unternehmensebene, weil Sie da an Steuerungsberichtspflichten hineingelegt haben. Und wir sehen es offenkundig nicht auf der Ebene der gesamtwirtschaftlichen Statistik. Was ist die einzige Hoffnung, die wir haben? Die Hoffnung ist das, was wir mit künstlicher Intelligenz zusammenbringen. Am Ende muss der Ökonom fragen, sind es skalierbare Geschäftsmodelle? Big Data, Mustererkennung, Zahlungsbereitschaft müssen hier zusammengedacht werden. Man hat ja immer den Eindruck, dass Sie dem erzählen, sehr tolle Lösungen. nur die Innovation muss ja den Kunden schmecken und nicht dem, der sie erfunden hat. Es gab schon 1970 eine Mikrowelle in Deutschland von einem deutschen Hersteller. Damals gab es die Kategorie noch Deutsche Hausfrau nicht gekauft, 1970. Das war eine tolle Innovation, sah komisch aus, aber wollte halt. Das heißt, es gibt auch ein Museum, der nie umgesetzte Innovationen. Mein Problem ist immer, wenn ich die Leute alle sehe aus dem Stilgenweil, sie sind ja alle geniale Typen, die sehen ja alle super schräg aus und super nett und die erzählen ihnen alles und die begeistern, was sie, hast du schon mal den Kunden gefragt, warum die das auch gut? Manche Dinge scheitern halt auch, manche Dinge funktionieren und das müssen wir auch hier, glaube ich, lernen, aber dann liegen natürlich gewaltige Chancen. Wir wissen aus ersten Studien, dass KI-Anwendungen im Textbereich 30 Prozent Zeiteinsparung erfolgen und das geht bis in hochqualitative Tätigkeiten, Wirtschaftsprüfung, überall wo sie dokumentieren müssen, wo sie Analysenbestände haben, die sie sozusagen routinemäßig anwenden können. Ich bin ja auch unternehmerisch verantwortlich, bin Aufsichtsratsvorsitzender des TÜV Rheinland. Wir haben JetGBT-Anwendungen für unsere vielen Testprotokolle. Wir machen ja ganz viele Tests und Analysen und entsprechende Begutachtungen und das sind natürlich häufig auch Ideen. Da gehen wir bestimmte Dinge ein und so kann man schneller diese Gutachten und diese Prüfprotokolle erstellen mit eigener Anwendung. Das Problem ist nur, KI ist ohne Wahrheitskonzept. Es kann ja nur replizieren oder kann ja nur die Muster erkennen aus dem, was drinnen steckt. Also es kann natürlich immer besser werden, aber es wird nie ein Wahrheitskonzept in sich tragen können, weil die Bewertung letztlich von Menschen gemacht werden muss. Insofern liegt hier eine große Chance. Wir sehen übrigens, dass Deutschland, auch das sollte man sehen, die Digitalwirtschaft, wenn wir die mal nehmen, da sind wir im Marktanteil immerhin auf international auf Rang 5, aber der Abstand zum Ersten, Nämlich USA ist schon erheblich. Wir sind nicht weit auseinander mit Japan und dem Vereinigten Königreich. China macht sehr viel. Meine These ist, China macht das auch deshalb, weil es natürlich eine besondere demografische Problematik hat, die ich angesprochen habe. Und der Versuch, Produktivität zu organisieren, ist natürlich dann noch viel dringender, wenn ich schon weiß, dass das Erwerbspersonenpotenzial weiter dramatisch rumpft und ich auf der anderen Seite auch kein attraktives Zuwanderungsland bin. Also insofern muss das ja irgendwie zusammengedacht werden und ich würde das schon so deuten, dass der Versuch der Chinesen sich auch hier zeigt, ganz besonders damit zu tun hat, eine Antwort, ein Versuch ist. Aber hier liegt sozusagen, was wir eigentlich brauchen, mit Blick auf das, was wir vorhaben, nämlich den Strukturwandel, den Umgang mit der Alterung, Strukturwandel zur Klimaneutralität, den Umgang mit der Alterung, hängt genau hier, wie können wir diese Effizienzrevolution organisieren, wie können wir die deutlich machen und da müssen wir uns auch entscheiden, zwischen Sicherheit und Resilienz. Reine Sicherheitsargumente sind, glaube ich, nicht mehr so tragfähig im Sinne von technischen Applikationen. Das muss eigentlich um die Rückleistungsfähigkeit, um die Rückschlagsfähigkeit eines Systems gehen. Es muss dynamisch sein, dann federt es auch zurück. Da wird ein Schock, eine Anpassung auch nicht zu stark und nicht zu streng werden. Und das bringt mich zu meinem fünften und letzten Punkt, wo liegen ein bisschen die Perspektiven hier. Ich habe das überschrieben, gesellschaftliche Resilienz und Entlastung vom Absoluten. Zunächst zu dem zweiten Gedanken, warum Entlastung vom Absoluten. Das, was jetzt gemacht werden muss, der Strukturwandel per Termin, ist die Aufgabe etwa einer Generation. Also was muss diese Generation machen? Wir müssen den CO2-Impact, auch der früheren noch, mehr kräumen. Und wir machen das, damit künftige Generationen unter lebenswerten Umständen dieser Welt sich entfalten können, ihre Perspektiven, ihre Chancen haben. Das ist eine Generation. Und das ist eigentlich eine Überforderung. John Rawls und seine Theory of Justice, Justice as Fairness, das ist eine Art Sparprinzip zu denken. Es gibt die Lasten der Vergangenheit, denen man sich stellen muss, für die man aber nichts kann. Und es gibt die berechtigten Anforderungen der künftigen Generationen. Die müssen zusammengebracht. Deswegen bin ich beispielsweise festen überzeugend, dass allein aus diesem Grunde diese eine Generation das nicht aus ihren Steuermitteln finanzieren. Das geht nicht. Die Aufgabe, die wir zu schultern haben, ist einer von einer solchen Dimension, dass das auch eine Zahlungsbedreitschaft der künftigen Generationen nach sich ziehen muss über die Rückzahlung der Kredite. Die Juristen kennen Ultra-Posso-Nemo-Obligator. Was nicht eingefordert werden kann, was einfach faktisch nicht geht, kann auch moralisch nicht eingefordert werden. Und diesen Gedanken, der fehlt mir ein bisschen bei der ganzen Diskussion, wenn sich alle Leute floggen, da muss man ja nun mal ein bisschen die Prioritäten ändern auf der Ausgabenseite. Ja, was wollen die Prioritäten ändern, wenn schon sieben Milliarden Wachstumschancengesetz nicht finanzierbar sind oder nicht mobilisierbar sind über neue Prioritäten? Ja, da gibt es dann so ganz rabulistische Kollegen, da muss man nur mal 100 Milliarden im Sozialhaushalt einstreichen, dann geht das schon. Ja, wo streiche ich denn 100 Milliarden Sozialhaushalt aus? Was will ich denn hier auf der Straße organisieren? Die Nachhaltigkeit des Sozialsystems, hier kann man ja viele Fragen stellen, ob das hinreichend ist, aber so geht es halt nicht. Und deswegen meine These, dass wir ernst nehmen müssen, diese Aufgabe, es ist die Transformation, dies mit einer Generation zu leisten. Und dieser Generation muss es auch möglich sein. Und dafür muss sie Antworten finden. Und das ist die Frage der gesellschaftlichen Resilienz. Und dafür, finde ich, sind wir besser, als wir gelegentlich tun. Und es ist auch interessanter, wenn man sich mal dieses Bild anschaut. Mit der Nachsicht, dass ich versuche, das soweit deutlich zu machen. Was ich gemacht habe, ist folgend. Europäische Union, USA und Volkskrieg und ich habe die großen Herausforderungen benannt, Demografie, Transformation zu Klimaneutralität, technologische Souveränität, meinte digitale Transformation, Kapitalmarkteffizienz, Verteidigungsfähigkeit, Zivilgesellschaft und politische Institutionen. Und wenn Sie sich das mal anschauen, dann ist das kein Bild, und das ist übrigens anders als vor 30 Jahren, wo klar ist, einer macht es besonders gut. Einer ist das Role Model für uns. Auch das fehlt im Augenblick. Früher haben wir uns so, wenn Sie sich einen erinnern, so in den 90er Jahren, war klar, man guckt für Reformen mal in die angelsächsischen Volkswirtschaft. Oder man guckt nach Skandinavien. Das waren so zwei Verständnismodelle für ökonomisch-gesellschaftlichen Ausgleich und jeweils sehr viel anders, aber die erfolgreich waren. Aber da können wir uns orientieren, vielleicht schaffen wir auch irgendeine. Das würden Sie so nicht mehr machen können. Ich will mal ein paar rausnehmen. Diese Demografie, die ist zwar in der Europäischen Union auch durchaus ungünstig, aber wir haben das Potenzial als Zuwanderungsgesellschaft jedenfalls. Das ist deutlich anders als in China, wo sie extrem ungünstig ist. In den USA haben wir zwar eine recht stabile Bevölkerungsentwicklung, auch bis 2050 noch Bevölkerungswachstum. Das Medianalter steigt nur leicht an, aber wir wissen doch, mit welchen Zerklüftungserscheinungen das gesellschaftliche Leben in den USA verbunden ist. Die Segregation, wenn Sie in Städte gehen, auch im Süden, in Charlotte, North Carolina, sehr deutsch geprägt, Charlotte von Mecklenburg-Strelitz, in Neustrie, da hin, die ist ja auch immer irgendwann da hin. Und dann kommen wir rein, da bist du die Stadt, da kannst du hin, da kannst du nicht hin. Ja, ein Kollege von mir, ein Vorstand der Atlantibrücke, der hat Eigentümer des Frankfurter Brauhauses, also Frankfurter der Oder, falls Sie das Bier nicht kennen, ich meine, es ist keine Werbung für ihn, das kriegen Sie auch nur bei Aldi, unter anderen Marken, das macht solche Dinge, aber der hat auch Gildebier und so weiter. Der hat gesagt, ich mache in Charlotte, der hat ja ein Brauhaus veröffnet. Aber das ist ja völlig klar, das ist ein begrenztes Angebot für ein bestimmtes Neighborhood, für eine bestimmte Nachbarschaft, dass da werden die anderen nie über die Straße kommen. Diese Segregationsphänomene, diese Zerklüftung auch zwischen den Flyover-Kandris, die Homogenisierung der Parteien, also das spiegelt sich ja in dieser regionalen Differenzierung, das ist das Gegenargument. Wir haben eigentlich in Europa den modernsten klimapolitischen Ansatz mit dem Zertifikat haben, aber er müsste eigentlich global sein. Die Subventionsstrategien der beiden anderen, wie ich sage, tragen nicht recht weit. Technologische Souveränität sicherlich sehr hoch in den USA. Wir haben wenigstens, könnte man sagen, es hat Frau von der Leyen auch mal gesagt, wir regulieren die dann. Ist ja auch ein Ansatz, weil den hinterherlaufen, wenn wir auch so nicht schaffen, wir müssen uns Geschäftsmodelle in diesem Rahmen definieren. Kapitalmarkteffizienz, da haben wir schlicht ungenutzte Chancen. Die Europäische Kapitalmarktunion, Bankenunion werden solche Themen, wo wir viel, viel mehr mobilisieren könnten. USA, Global Player, aber mit nicht regulierten Regionalbanken, ineffizienter Kapitalmarkt-China. Und so können Sie das weiter diskutieren. Sie sehen meinen Punkt, es gibt nicht mehr durchgängig, bei dem einen ist es rot, bei dem anderen Grün, bei dem anderen Gelb, sondern das, was eine Gesellschaftsstruktur ausmacht, was ihre Resilienz ausmacht, was nicht nur ihre ökonomische Kraft, sondern letztlich Resilienz in dieser Dreidimensionalität, gesellschaftliche Reaktionsfähigkeit und Akzeptanzfähigkeit, das Ökonom mit der ökonomischen Dynamik und die Stabilität, aber auch die Flexibilität der politischen Institutionen, da ist das so eindeutig nicht. Wenn wir hier unten noch schauen, Zivilgesellschaft, wir haben in Deutschland eine hohe Engagementquote. Der Freiwilligensurvey zeigt, dass wir, wir haben vor 30 Jahren etwa eine Engagementquote von 26 Prozent gehabt. Um das Jahr 2000 war die auf 35 Prozent, über 35 Prozent engagiert, jetzt bei 40 Prozent im letzten Freiwilligen. Also Menschen engagieren sich. Es ist nicht so, dass Menschen sich immer weniger engagieren. Sie machen es anders. Weniger in Vereinen, mehr Projekte. Aber Menschen sind zugewandt und an sich eigentlich engagiert. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben diese Dynamik der Zivilgesellschaft. Wir haben natürlich auch die Spannungen, wo wir keine Antworten finden und wo wir auch keine Gesprächsebenen mehr haben. Das ist pflichtuntergreifend so und das wird die große Aufgabe sein, darüber überhaupt wieder Brücken zu bauen, Öffentlichkeit herzustellen. Wir haben in den USA ein hohes Maß an Philanthropie mit ganz großer Tradition, aber ein Nichts, was die Gesellschaft bägt und eine unglaubliche Fragmentierung. In China haben wir von der Zivilgesellschaft, nur wenn einer ins Gefängnis kommt. Also es ist eigentlich keine wirksame Zivilgesellschaft. Und politisch, Europa, wir haben stabile Institutionen und die sind sicherlich auch anpassungsfähig und sie müssen auch angepasst werden in manchen Punkten, aber wir sollten uns das auch nicht schwarz vermalen, als es ist. In den USA erleben wir gerade und wir werden in diesem Jahr sehen, wie die Präsidentschaftswahlen ausgeht, was das so oder so. Knapp werden sie werden und es wird die Gesellschaft nochmal zerreißen. Es wird so oder so, wie es ausgeht, wenn Biden wieder gewählt wird, zu dramatischen Veränderungen führen oder wenn Trump seine zweite Chance hat, nochmal. Es gibt uns einen ganz interessanten Befund. Es gibt ja für die Volkswirtschaft eine Erhebung eines Konsumklimas. Das hören Sie auch bei uns immer, das GfK-Konsumklima ist wenn wir besunken und so weiter. Für die USA gibt es das seit ein paar Jahrzehnten auch nach Parteipräferenz. Und früher war das so ziemlich ähnlich. Demokraten und Republikaner hatten immer so ungefähr auf dem gleichen Level konjunkturbedingt, also sie haben die Konjunktur irgendwie ähnlich gesehen. Bei Obama hat schon angefangen, aber bei Trump ist das so, die 100 ist sozusagen der Normalmesswert, die Republikaner bei 120 und die demokratischen Wähler bei 40. Das hat mit der realen wirtschaftlichen Lage nichts zu tun. Das ist also reine Perzeption, reine Wahrnehmung. Zeigt Ihnen aber, dass diese politische Zerklüftung auch in den Wahrnehmungen und daraus ist in den Wahrnehmungen vor allem die Handlungen. Mit der Wahl Bidens ist das gekippt, genau in die andere Richtung. Jetzt erleben wir am aktuellen Rand, dass der beharrliche Aufschwung, der ist ja schon lange abgesagt worden, der geht immer weiter, zu einer Annäherung führt. Also das Gap ist nicht mehr so groß, aber sie erinnern sich noch an die Aussagen von Bill Clinton, it's the economy, it's the economy, stupid, also kümmere dich um das Ökonomische. Das wirkt auch nicht mehr. Du kannst keinen mehr aus dem anderen Lager für dich rüberziehen. Du kannst höchstens deine eigenen Leute zur Wahlurne bewegen. Das ist völlig anders, als es noch vor 30 Jahren bei Bill Clinton war. Auch das gehört zu einer Form politischer Institutionspräger und die politischen Union müssen ja damit umgehen. Und dass die Institutionen in China stark und autoritär sind, glaube ich, bedarf keiner näheren Erläuterung. Meine Damen und Herren, das war das Angebot einer Einschätzung für die Lage, die sich nicht dem Ökonomischen erschöpft, die, glaube ich, aber geeignet sein kann. Und das wäre meine These und da bin ich gespannt auf Ihre Hinweise, viele der Verwerfungen, die uns ja auch Fragezeichen aufrufen, ein bisschen vielleicht anders einzuordnen und doch einen Zugang dazu zu finden. Es sind ja keine isolierten deutschen Phänomene, es sind isoliert, es sind Phänomene der modernen Welt, der westlichen Welt, in der Besonderheit dort, wo wir eigentlich lange Traditionen von Demokratie, Öffentlichkeit und marktwirtschaftlicher Verantwortung haben. Und deswegen ist es auch so wertvoll, darüber in die Diskussion zu kommen, deswegen bin ich auch so gerne hierher gekommen. Herzlichen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Jetzt haben Sie die Chance. Vielen Dank für diesen tollen Vortrag. So in Ihrem Vergleich, auch jetzt, was wir da hinten sehen, ist ja doch ziemlich die nördliche Hemisphäre sozusagen in Ihrem Blickfeld. Ich frage mich gerade so mit zum Beispiel Afrika, was natürlich jetzt ja zerstritten oder in Kriegen, sagen wir mal so, untergeht, aber doch ein enormes Potenzial an Human Resources und auch sonstigen Bodenschätzen haben. Wie würden Sie denn das jetzt nochmal so in diese Kategorie mit einordnen? Also, dass ich das auf die drei bezogen habe, bezieht es natürlich auf die Power, die sozusagen in den drei Dimensionen Politik, Wirtschaft und Militärischem dahinter steht. Das sind die prägenden und auch die Konfliktstrukturen, aber auch die Kooperationsstrukturen prägenden. Afrika ist so ein bisschen ähnlich wie Indien, wo wir ja sehr lange immer gesagt haben, das ist der kommende Star. Also Indien wurde immer so als der kommende Star gehandelt und das schiebt sich jetzt gerade so auch in den demografischen Profilen mit China überkreuzt sich. Bei Afrika ist einfach das Problem, dass wir so ein hohes Maß an nicht wirksamen Institutionen haben. Also das, was wir als Ökonomen ja auch immer betonen, es geht um die Anreiter, aber es geht um den institutionellen Rahmen, die Verlässlichkeit von Institutionen, die ich in einer Korruptionswirtschaft halt nicht habe. Und da ist viel passiert, aber es ist halt ein unglaublich langer Weg. Die afrikanische Freihandelszone ist so eine Geschichte. Die afrikanische Entwicklungsbank ist ein solches Thema, aber wenn Sie sich anschauen, das wirkt nicht in der Breite und es führt auch nicht zu einem, also wenn wir über Europa sagen, wir haben schon immer unterschiedliche Sichten und so weiter, ich würde immer sagen, ja es ist halt so, Europa ist ein Club unberechenbarer Demokratien. Das sind ja Demokratien und die dürfen auch unberechenbar sein. Das ist typisch, was ich ausmache. In Afrika haben Sie eine Situation, wo Sie eigentlich nicht das Zutrauen gewinnen, dass das in Kürze irgendwie zu einer institutionellen Rahmenung führt, dass der Einfluss in anderen wird. Denn im Grunde müsste ja Kapital hingehen. Das wäre ja der ökonomische Test, wenn Kapital hingeht. Und wir haben ja überlegt, ob nicht der beste Weg wäre, wenn die Leute selbst ihr Geld in ihr eigenes Land anlegen würden. Also wenn man sozusagen das eigene in die eigene Altersvorsorge sparen würde. Das wären eigentlich Wege, wo Menschen in unklar definierten institutionellen Gegebenheiten da auf einmal Vertrauen gewinnen können. So, wir reden viel über Microfinance. Ich glaube, Microinsurance ist fast viel wichtiger, weil damit entstehen Absicherungen in schwierigen Situationen. Auch das haben wir nicht. Also es sind unendlich viele Menschen und die Geburtenrate ist hoch und der Demografe der Wanderungsdruck nach Norden wird hoch, weil wir sehen es ja in den USA, sie haben ja den gleichen Wanderungsdruck, obwohl wir andere Entwicklungsstufen, andere institutionelle Rahmungen in Lateinamerika und Südamerika haben, aber aus Venezuela versuchen sie über Mexiko in die USA zu kommen. Das wird weiterbleiben. Es wird also das Prägende des Südens wird sein, dass sie sozusagen auf dem Weg sind, aber nicht wirklich hier sich einbringen, höchstens als Ressourcen Reservoir. Und da sehen Sie ja auch, wie China agiert, wie zum anderen agieren, wo man versucht, über Ressourcenzugänge auch ökonomische Möglichkeiten im eigenen Land zu mobilisieren. Also insofern ist meine Wahrnehmung oder meine Einschätzung, dass Afrika viele Potenziale hat, aber von vielen einfach noch nicht gegriffen. Das hat auch damit zu tun, dass wir sehr lange unsere Entwicklungspolitik auch komisch justiert haben. Also erst mit dem Global Compact 2017, der G20, der ja auf die deutsche Regierung zurückging, wesentlich auf Finanzminister Schäuble damals, der gesagt hat, wir brauchen eigentlich eine Logik von Entwicklungspolitik, in der die Länder sagen, was sie machen wollen und wir entscheiden, ob wir ihnen Geld geben und nicht, indem wir ihnen sagen, was sie denn kriegen sollen. Also das Amtsgericht und den Dorfpolizei, vielleicht brauchen wir den gar nicht. Und das ist auch etwas, wo wir noch einfach weitergehen müssen. Es gab mal in Berlin an der FU einen Sonderforschungsbereich Staatlichkeit in Räumen begrenzten, die Governance in Räumen begrenzter Staatlichkeit. Das heißt, wir müssen überhaupt erst mal verstehen, dass halt nicht alles so auch im Setting, auch hier wieder europäische Prägung unseres Denkens nicht so aussehen muss, wie in einer europäischen Stadt zwingen. Vom Grund, vom Kataster bis zum Bund, sondern dass andere kulturelle Prägungen ermöglichen auch anderes. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir jetzt, was wir eher sehen, aber das führt zu einer anderen Strategie der Entwicklungspolitik und der Kooperationspolitik. Also insofern ein sehr, sehr langer Weg. Vielen Dank, Herr Professor Hüther für diesen überaus interessanten, lebendigen Vortrag. Einen Zusammenhang habe ich nicht ganz verstanden. Sie hatten das Chart aufgelegt, Verfall des Produktivitätswachstums seit den 60er Jahren. Das ist ja gerade Zeit jetzt, in der doch wir eine starke Ökonomisierung des Politischen hatten, in dem das Effizienzparadigma leitend war, eine Zeit der Technologisierung, der Automatisierung, aber auch anfanghafter Digitalisierung. Und da würde man doch einfach den Zuwachs der Produktivität erwarten. Ja, aber es gibt zwei Gegenargumente. Das eine ist, wenn Sie eine Basis-Innovation haben, irgendwann Sie die Grenzerträge, die Sie auslöst, abnehmen. Also die Grenzerträge gehen zurück. Das ist bei einer gegebenen Technologie so. Und das zweite ist, wenn Sie natürlich, was die auch über diese Jahrzehnte gegolten hat, immer mehr Menschen in diese ökonomische Struktur marktwirtschaftlicher Steuerung einbringen, bringen Sie natürlich auch erstmal Grenzanbieter rein, wie wir Ökonomen sagen. Das heißt, das drückt natürlich auch die Produktivität. Ja, wenn Sie, das hat schon auch, also die Frage, wie integriert man und so weiter, mit welchen Bildungsinvestitionen, wenn man die nicht vorleistet, die Bildungsinvestitionen, integriert man zu geringen Kosten, aber halt auch zu geringen Effekten, zu geringer Produktivität, weil ich die Menschen nicht auf ihre, auf eine selbst, auf eine selbst laufende Erwerbsbiografie im Grunde setze. Und das muss man, das gehört halt auch in diese Geschichte mit rein, aber das ist einfach, dass wir sehen, das ist die Arbeitsproduktivität, es ist die totale Faktoproduktivität, die Kapitalausstattung hat sich verändert. Da kann man sagen, gut, neue Produktionen brauchen halt auch weniger Kapital, also wenn ich Stahlwerk baue, baue ich ganz viel Chemiewerk. Wenn ich, was, wie viel Kapital brauche ich denn für SAF? Das ist ein Gebäude und das ist ein Computer und das ist ein Intangible, so, ganz andere Assets, also auch das verändert sich darin. Und man kann auch sagen, dass wir uns hier hinten in den letzten Jahren auch schwer tun, gewisse Produktivitätseffekte zu messen, also wenn Sie eine App nehmen auf Ihrem Handy, die nicht bepreist ist, die Ihnen aber Ihr Leben erleichtert, Sie akzeptieren die Werbung, die Bannerwerbung und zahlen nichts, dann haben Sie ein enormes Gewicht für null und das messen wir. Also müssten wir ja letztlich den Wert der Werbung, der dann läuft, den müssen wir wissen, aber natürlich nicht, dann hätte man eine Annäherungsgröße. Es gibt auch, will ich sagen, Grenzen unserer statistischen Erfassung mit der Produktivität der digitalen Welt. Aber am Ende sagen wir Ökonomen natürlich alles, das muss sich in Preisen wiederfinden und dann stellst du fest, solche Strukturen, nehmen Sie mal so Geschichten wie Airbnb. Wenn derjenige, der leistet, privater Haushalt ist, wird der ja gar nicht richtig gemessen. Also wenn Sie, ich habe das immer wieder im Silvernavelle erlebt, da fahren ja die dollsten Leute bei Uber rum. Also Taxi kannst du nicht nehmen, also nimmst du Uber. Da habe ich erlebt, dass einer am Wochenende mich in San Francisco gefahren hat und sagt, ja, ja, also er und seine Frau würden am Wochenende, das wäre ihr Zweit- und Drittjob, würden sie fahren, weil das ist Zusatzverdienst. Ganz bürgerliche Leute, die haben so ein Pick-up, weiß ich, sondern ich bequem, weil du würdest ja, okay. Dann habe ich einmal, weil ich zu einem College im Süden Palo Altos, da kommt ein relativ gediegenes Auto, Fahrer mit Anzug und Krawatte. Also das ist ja nun schon bei uns selten, aber dass da ein, nein, noch ein Uber-Fahrer, dann habe ich gesagt, sagen Sie mal, was ist denn Ihre Profession? Dann stellte ich heraus, er war Kollege, Professor für Finanzwirtschaft in Oakland. Und dann habe ich gesagt, ja, warum fahren Sie jetzt Uber? Ich wusste nicht, dass die so schlecht bezahlt sind. Nee, nee, das würde er auch nicht aus Bezahlgründen machen, aber er hat ja so viel freie Zeit zwischen den Vorlesungen und dann wird er da umhören, dann wird er immer interessante Leute kennenlernen, das wird er ja mit mir gerade sprechen. Also Sie sehen es, Uber führt zu unterschiedlichsten Effekten auch auf die Leistungsfähigkeit der Menschen, der war ja fröhlicher, nachdem er mich gefahren hatte und da habe ich ja noch nicht mal extra für bezahlt. Also ich will da sagen, aber wenn die, die waren ja, jetzt weiß ich nicht, ob der, jetzt habe ich ihn nicht gefragt, ob der das auch steuerlich abrechnet. Wenn das unter der Schwelle bleibt, ist das ja eine Wertschöpfung, die nicht gemessen. Wenn die beiden, die da am Wochenende mit Zweit- und Dritt-Shop, das ist ja auch schwierig. Also der private Haushalt ist ja eine Konsumeinheit, auch in unserem Steuerrecht. Wenn er den jetzt, der muss den ja zur Produktionseinheit machen, wenn der seine Wohnung permanent vermietet, wenn er mit seinem Auto fährt. Das heißt, wir haben enorme Erfassungslücken in der Statistik über die Leistungsfähigkeit der digitalen Tools. Ich möchte mich meinen Fragestellern anschließen und mich bedanken für diesen lebhaften Vortrag, vor allen Dingen die Verbindung zwischen Geschichte und Ökonomie finde ich toll. Meine Frage kommt vielleicht ein bisschen holprig rüber. Ich bin kein Ökonom, ich bin Informatiker von Haus aus. Ich habe am Anfang gehört, dass Sie gesagt haben, viel von unserem Fortschritt basiert auf der Ausbeutung von fossilen Brennstoffen, würde ich auch sagen. Und dann kam das Kapital, aber das ist eine Amateurmeinung. Meine Frage geht dahin, Jan Mortimer hat gesagt, die Angebotsseite wird viel zu wenig berücksichtigt. Das heißt, wir haben unsere Nachfrage organisiert, haben demokratisiert, haben verteilt und so weiter. Und die Angebotsseite ist doch unsere Erde und wir erfahren auch jedes Jahr im Juni, Juli, dass die Erde aufgebraucht ist und dass wir jetzt eigentlich eine zweite brauchen. Meine Frage ist dahin, dadurch entsteht doch, dass wir doch zunehmen. Unsere Tendenzen sind zwar, wir wollen in die andere Richtung, aber es geht relativ langsam. Dieser Druck, dass wir unsere Ressourcen zu sehr ausbeuten, so wie wir es die letzten 200 Jahre angefangen haben und wie wir es derzeit weitermachen, der muss doch irgendwo in der Politik spürbar sein. Wie schätzen Sie das ein? Ist das heute schon spürbar? Richten die Länder, die Sie betrachtet haben, die EU, richten die auf diesen Druck, der ja steigen wird, ihre Politik heute schon aus und wenn ja, wie? Naja, also ich nehme mal Brüssel, weil Sie gerade auch Brüssel-Weg haben. Frau von der Leyen ist als Kommissionspräsident angeträgt mit dem New Green Deal. Das ist sozusagen das Thema unserer Zeit. Wir müssen der Klimakatastrophe entgegenarbeiten und versuchen, den CO2-Abdruck zu verringern und das über ganz, ganz viele Konzepte. Das ist sozusagen die Überschrift gewesen, das Tragende des Politikkonzepts der jetzigen Kommission mit Blick und ich war letzte Woche in Brüssel, das war es mir das erste Mal in dieser Klarheit deutlich geworden, das Thema ist jetzt weg. Weil, man sagt, wir haben ja ganz viel gemacht, das muss ja umgesetzt werden und das Thema für die nächste Parlamentsperiode, die ja jetzt, die Wahl ist ja im Juni bei Europawahl, Parlamentswahl, ist Wettbewerbsfähigkeit. Ja, und da sehen Sie das Dilemma. Sie können diesen Wandel, deswegen habe ich ja gesprochen von der Überforderung der einen Generation und dass diese eine Generation sich überfordert fühlt, das sehen Sie ja beim Heizungsgesetz hier in Deutschland. Ich meine, das war jetzt nicht geschickt gemacht und die Frage ist, ob man das überhaupt ist ja auch die Frage, aber dass damit mal spürbar wurde, dass das, was wir eigentlich vorhaben, Wohlstandspositionen im Hier und Jetzt verändert, das gehört auch gesagt und das sagen sie natürlich nicht. Die Politik weiß, dass dann nicht wiedergewählt wird, sondern dann argumentiert sie, das ist aber alles einsammelbar mit der Klimageld und dies und jenes und so weiter. Aber faktisch ist es so. Ich meine, wir können jetzt sagen, ist es wirklich die einzelne Heizung, aber 30% CO2-Ausstoß ist der Hausbrat. Also so, die Frage, wir hätten ja auch schon vor 14, 15 Jahren haben wir ein Gutachten gemacht über energetische Sanierung von Geschosswohnungsbauten. Wir bräuchten eine 2-prozentige Rate pro Jahr. Damals gab es wir bei 0,7, wo sind wir hingekommen? Bei 1%. Wir wären schon viel weiter, wenn Sie mal den Zinseszinseffekt. Und dann gilt natürlich am Ende des Tages muss das überall so gesehen werden. Also es reicht ja nicht, wenn wir es so sehen. Joe Biden würde sagen, sieht es auch so, aber er wird nie einen CO2-Preis hinbekommen. Deswegen agiert er ja über den Inflation Reduction mit einem Subventionsregime, um anzuregen, aber nicht mit einem Preisregime, wie wir das machen. Und bei den Chinesen ist es am Ende so, dass ich den Eindruck habe, dass die einfach sehen, es ist so essentiell für ihre Lebensbedingungen. Also wir haben eben darüber gesprochen, dass man in Peking eigentlich am helllichten Tag nicht viel sieht. Das heißt, die müssen umstellen. Die müssen umstellen. Wir mussten ja schon für die Olympiade diese Stahlwerke sechs Wochen vorher abstellen, dem Umland, damit da überhaupt mal der blaue Himmel bei der Olympiade war. Und so ist es am Ende die Frage, mit welchem politischen System kriegen wir das am besten hin? Ich will immer noch sagen, dass die Demokratie das am einfachsten und am besten vermitteln kann, weil sie die ökonomische Effizienz besser organisieren kann und weil sie die zivilgesellschaftliche Debatte anders bewegt. Aber selbst wenn die Erkenntnis da ist, muss ja immer auch gesagt werden, es fällt nichts vom Himmel. Es fällt nichts vom Himmel. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, man kann diesen Weg zur Klimaneutralität in überschaubarer Zeit, das ist jetzt noch ein Viertel Jahrhundert Zeit, dicken Daumen, nicht organisieren, indem das nur aus unserem Steuergeld finanziert. Es wird nicht gehen. Da haben wir Schiefer unbeliebt mitgemacht, dann gucken wir uns, wieso kommt der jetzt auf die Idee, ist ja die Schuldenbremse, ist so wie sie ist, damit nicht kompatibel. Sie kommt aus einer anderen Zeit, aber sie ermöglicht uns nicht die nachhaltige Finanzierung dieser Transformation. Ich sage auch ganz explizit, künftige Generationen dürfen ruhig mitfinanzieren, sonst wird es nämlich nicht passieren. Es wäre auch nicht fair, weil wir räumen ja auch den Mist weg, den die anderen früher gemacht haben, ohne dass sie es wussten. Daraus muss eine Geschichte gemacht werden. Stattdessen hält man sich sozusagen an bestimmten Themenfeld. Ich würde sagen, die Einsichten sind sehr weit. Wir wissen ja eigentlich relativ viel. Aber schauen Sie, wie wollen wir es eigentlich machen? Ich meine, Mobilität ist so ein Thema. Autonomes Fahren, Batterieelektrischer Antrieb, das ist eine Vision, aber nicht für die Welt. Geht ja schon für die USA nicht bei den Distanzen. Wir haben eben über Afrika gesprochen. Also bis Afrika Batterieelektrische Antriebe fahren, in der Fläche. Das heißt, wir müssen alle Forschungsanstrengungen unternehmen, um auch über alternative Brennstoffe, über Biofuels, die Möglichkeiten dort zu schaffen. Es reicht ja nicht, wenn wir denen überall, was in Ägypten gerade stattfindet, Siemens baut ja da das Hochgeschwindigkeitsbahnnetz und das wird aber nicht die Massen mobilisieren und die Massen bewegen, wenn Sie mal in Kairo waren, wo es gar nicht überhaupt gehen soll. Also es ist mir schleierhaft. Diese Gestaltungsfragen setzen voraus, wir müssen das auf Technologieoffenheit setzen und das ist eigentlich der größte Fehler, wenn wir das nicht machen, weil die Bedingungen so unterschiedlich sind in der Welt, um dem Ergebnis näher zu kommen, das wir wollen. Ja, Sie hatten, die erste Frage kam da aus Richtung Afrika. Nun hat, bei der Münchner Sicherheitskonferenz hatten wir neulich ein Report und da hieß es, die große Botschaft bei dieser Konferenz war dieses Jahr The Global South. Das wird der Fokus sein, das sei eine einheitliche Wahrnehmung gewesen. Wenn man nun, Sie hatten Europa, Amerika und China, wenn man das als Block sieht und da hat eine wirkliche Bedeutung wohl die Pricks statt, wenn die untereinander besser koordiniert sind, in jeder Hinsicht, man redet jetzt von, wir haben gestern Abend mit Herrn Steinbrück darüber geredet, wie lange der Dollar noch Leitwährung sein kann, wie schätzen Sie das ein? Also der Dollar wird noch lange Leitwährung. Da können die viel erklären, wollen Sie mit deren Währungen mit dem Obel oder mit dem chinesischen Yen? Also wir haben zwei Weltwährungen und das eine ist der Dollar und das andere ist der Euro. Der Yen noch im anderen Bereich, aber ich halte diese Bricks Geschichte, die Bricks Story ist ja eine ganz interessante, als die aufkam vor über 20 Jahren, war das eine Investment Story. Zunächst Brick, Brasilien, Russland, Indien, China und ein Goldman Sachs Ökonomer, das sind sozusagen die Ökonomien, die neu aufwachsen und sich neu in diese Weltwirtschaft integrieren, da kann es eben, das ist dann die Wachstumsstory. Was ist von dieser Wachstumsstory übrig geblieben, außer China? Russland, eine nicht geglückte Transformation. Russland ist ein imperialistischer Staat, der im Grunde einer langen Tradition seit dem 18. Jahrhundert, der hat ja nie eine nachhaltige Entwicklung auf demokratischen oder marktwirtschaftlichen Strukturen erlebt. Das ist ein ewig langer Weg, wie es das nochmal aufgebrochen wird. Indien, diese gesamten chaotischen Struktur, auch der Frage der politischen Führung, Südafrika, wir sind heute weit hinter der demokratischen Qualität unter Nelson-Mandelas-Zeiten zurück. Also das ist eigentlich, eigentlich müssten diese mit denen mit keinen von diesen Leuten einen Kaffee trinken oder ein Gemasser. Das heißt, es ist doch eigentlich keine attraktive Struktur. Und der Westen hat ja Angebote. Build Back Better, das Programm auch, Global Gateway, was die Europäische Union mit 300 Milliarden, das müssen wir auch tun. Und wir müssen nur dieses Geld, das war mein Punkt eben, nicht in unserer Weisheit den sagen, sondern sagen, sagt was euer Projekt und dann können wir sehen, ist das mit uns kaum, dann kriegt ihr das Geld, aber nicht umgekehrt wie es euch sagt. Und das wird auch konflikter bleiben. von der Leyen sagt immer, naja, dann sagen die anderen da unten, ja, aber das Geld für den Chinesen kriegen wir ohne Auflagen. Kriegen sie natürlich nicht. Ja, die Seitenstraße One Belt, One Road Initiative in Chinesen ist ja ein riesen Finanzierungsfall. Die Länder, die sich da finanzieren lassen, haben hohe Schulden. Und der Mehrwert der Infrastruktur ist überhaupt noch nicht zu erkennen, denn das bleibt dann meistens in den Händen der Chinesen. Also wenn man mit offenen Augen hinschaut, wenn man eigentlich sagt, das kann nicht funktionieren, das funktioniert, warum? Weil es halt korrupte Strukturen als Macht gibt. Wenn einer den Eindruck hat, es stabilisiert meine Macht, macht er genau das. Und das ist natürlich ein langer Weg, das aufzubrechen. Im Grunde müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, auch das ist ja letztlich eine Vorgeschichte des Endes des europäischen Zeitalters, dass die Dekolonisation der 60er Jahre vollends gescheitert ist. Es gibt eigentlich mit Ausnahme von Botswana keinen Fall, wo wir sagen können, dass der Rückgang oder der Abbau der Kolonialregime zu einer autonomen, nachhaltigen, irgendwie souveränen, demokratischen Entwicklungen in diesen Ländern geführt hat. Doch nicht wirklich. Und das ist doch ein Desaster, dass Europa auch den Übergang nicht organisiert hat. Entweder war es Krieg, es war Revolution, es war irgendwas, aber es ist nicht gelungen, aus den Kolonialregimen eine stabile Entwicklung. Der interessante Befund ist, dass in den Kolonialregimen, solange es die einigermaßen stabil bis zum Ersten Weltkrieg gab, der Kapitaltransfer vom Norden, von der nördlichen Hemisphäre in die südliche Hemisphäre viel ausgeprägt hat. Also die Investitionsströme Ja klar, weil das Rechtssystem des Nordens über die Kolonialregime in den Süden mitgebracht wurde. Das war der Weg. Und wenn wir heute feststellen, wir haben heute weniger Kapitalzufluss von Nord nach Süd, dann ist es genau auch, was meine Antwort immer, dieser Mangel an Institution Building. Und da haben wir auch versagt. Da haben die Kolonialmächte auch versagt, wo es nur um Waffenlieferungen und ähnliche Dinge ging, diese Transformation vor allen Dingen in den 60er Jahren dann zu organisieren. Und deswegen ist der Kontinent auch in dem Zustand, den er ist. Das muss man leider sagen. Deswegen ist meine, da kann man lange reden, der globale Süden und alles schön, aber das sind in praktischen Touren sind das eher Hirngespinste. Ja. Nun gilt es ja in Deutschland, jedenfalls hört man, wir haben keine Ressourcen. Das Einzige, was wir haben, sind unsere Köpfe. Und in diesem Wettlauf der Bildungseinrichtungen, wie schließt diese Kategorie, haben Sie nicht in Ihrem Erreicherbälle auf die Europäische Union bezogen habe und das Bildungssystem unten drunter schon so unterschiedlich. Also, ich will mal so sagen, wir haben gewaltige Probleme, aber wenn man genauer hinschaut, ist es auch nicht so schlimm, wie es viele beschreiben. Denn man kann bei den PISA-Daten, was immer hervorgerufen wird, PISA-Daten, dass bei uns die soziale Vorbestimmung des Erfolges, also familiärer Hintergrund bestimmt den Erfolg. Der ist groß, aber er ist in Frankreich größer, ist auch in Großbritannien größer. Ja, wenn man Ressourcen fragt und so ähnlich wie. Also, deswegen, das ist, also PISA-Daten sind ja jetzt auch keine objektive Wahrheit. Weil die beschreiben etwas und sie entsprechen unserem Vorempfinden, dass das irgendwie alles ziemlich Mist ist. Ist es halt auch nicht. Es hängt immer noch, was wir wissen, die zentrale Figur im Bildungssystem ist die Lehrerin ist der Lehrer. Die Ertüchtigung, die Ermächtigung der Lehrerin, des Lehrers ist die zentrale, der zentrale Anker eines erfolgreichen Bildungskonzept. Das hat was zu tun mit Lehrer-Schüler-Relationen in Größenverhältnissen. Es hat was zu tun mit Entlastung von Bürokratie. Es hat was zu tun mit Rechtssicherheit. Ich kann es deshalb so bunt bildern, weil meine Frau lange stellvertretende stellvertretende Leiterin eines Gymnasiums war bis vor kurzem, nicht hier, also gar keine Sorgen. Und was dort gerade in der Schulverwaltung hat ja nur die Aufgabe, sich Selbstrechtssicherheit zu verschaffen, nicht den Lehrern. Jeder klagende Vater, jede klagende Mutter kriegt erstmal per se von der Rechtsabteilung Schulamtes Recht. Wie wollte sie eine Schule führen? Also wir müssen uns auch als Gesellschaft fragen, wie gehen wir mit den Bildungsbereichtungen um? Ich glaube nicht, dass der Staat kernschlecht aufgestellt ist, sondern wir sehen auch das mal an. Nehmen Sie mal das Schulsystem in der freien und anderen Stadt Hamburg. Der Thies Rabe, ein hervorragender, erfolgreicher Schulsenator, der hat halt die Chance genutzt und der hat auch durchregiert, wie ich das mal sagen darf, in Hamburg, was in Berlin bei den Rechten, die die Bezirke haben, so nicht geht. Aber Berlin müsste eigentlich als Stadtstaat, haben sie ganz viel mehr Möglichkeiten. Sie können ja, sie haben ja die Kompetenzen von Land und Kommune in einer Hand, das ist ja genial. Sie können eine Stadt ganz anders, wenn Sie auch Bildungsinvestitionen ganz anders betreiben. Sie müssen sich ja nicht gehen, Sie müssen sich nur gegenseitig immer selbst fragen. Also Sie führen ja quasi permanent Selbstgespräche, ob Sie Landes- oder Kommunalbeauftragter sind, aber Sie tun das, das hat Hamburg exzellent gemacht und das sind Vorbilder. Dass Sie auch unterrutschen können, ist das Fall Baden-Württemberg. Sorry. Aber ist so. Wenn Sie die Rankings anschauen, die wir machen, das ist keine sichere Bank. Sie müssen immer dabei bleiben, aber ich glaube, das Thema der baulichen Investitionen ist eines der Tüchtigung der Lehrerinnen und Lehrer, denen die Zeitdeputate auch zu geben. Dann würden wir viel mehr schaffen. Wir sind in der Integration besser geworden. Wir haben deutsche Integrationsklassen. Tolle Geschichten. Und wir erzählen immer nur, was alles nicht geht. Weil es ist, wenn wir mal sagen, auf einer Tag in Berlin, wenn man so erst anfangen, so CEOs, alles Mögliche und dann kam natürlich wieder so ein Deutscher, der nach Amerika gegangen ist, ich weiß nicht wer, und dann scheitert dieses Land hier, also dieses hier scheitert alles und die gescheiterte Migration. Ja, man kann immer das eine, man kann die Scheiternfälle zum Messlatte machen, kann aber auch die anderen nehmen. Wir wohnen jetzt in Brandenburg, da sind Geflüchtete, 2015 gekommen, Geschichte studiert, die eine leitet heute das historische Archiv in Besko. Also Besko haben vielleicht gehört, da war auch ein Landrat fast von der AfD da gewählt, Gott sei Dank nicht. Wir haben überall, wir haben ganz tolle Integrationsgeschichten. Und wir erzählen uns immer nur, was hier alles Mist ist in diesem Land, das erzählt sich jeder. Ich gehe in Kreisen, da sitzen Unternehmer und Männer da und erzählen mir, ich sage dir, wozu bist du eigentlich Unternehmer? Dann nimm doch was. Wenn wir alle nur hier rumjaulen, dann müssen wir einfach mal machen. Ja, das ist, okay, da gibt's noch eine Frage anscheinend. Ja, im Übrigen ist auch mit Handwerkern, wenn Sie jemanden hier in Heidelberg bestellen müssen, Sie vier Monate warten. Obwohl, kommen Sie nach Brandenburg, das geht schneller. Ja, eben. Ja, ich möchte noch eine Frage am Ende stellen. Die ganzen Entwicklungen, die Sie geschildert haben, die die jetzige oder die nächste Generation eigentlich, so sagten Sie auch, sozusagen zu leisten hat. Und wenn man jetzt die Entwicklung von KI, Sie haben angefangen, auch ein bisschen darüber zu reden, JET-CPT, wie wird denn das dann für diese Generation in dem Aspekt aussehen, was diese Kinder dann im Vergleich zu dem, was wir hier kennen oder seit Jahrzehnten noch wissen oder können, schreiben, lesen, rechnen und so weiter. Also werden diese Kinder dieser nächsten Generation trotz KI, trotz JET-CPT, mindestens das noch können, was wir hier noch können und gelernt haben. Also eine ziemlich spontane Antwort ist, wenn Mustererkennung auf Texten basiert, müssen Texte erstmal geschrieben werden. Das heißt also, auch neue Erkenntnisse müssen textlich gefasst werden. Insofern würde ich mal sagen, dass das nicht das Problem ist. Einige Problem ist, dass wir auch in jungen Jahren den Eindruck, also den Kindern jedenfalls zulassen, oder wo zugelassen wurde, wird nicht gemacht, aber dass Kommunikation nur über das iPhone stattfindet. Also Leute gucken ja immer an und sagen, man hat sich früher auch einfach mal so verab, aber es ging auch ohne. Also wir sagen, die normalen Kulturtechniken, die müssen Raum haben und das ist das Thema Schule. Deswegen bin ich ehrlich gesagt relativ zurückgehalten bei der Frage, was immer so, ja die Schulen müssen digitalisiert werden. Sagen Sie mir mal genau, was da passieren soll. Was ist das Bildungskonzept von Digitalisierung in der Schule? Wird ein Lateintext ein anderer, man kann tolle Recherchen machen, man kann Texte, alles, es geht auch für die Mathematikunterricht, habe ich schon eine Saison in der Grundschule, war so tolle Programme, alles schön. Aber am Ende ist es die Inspiration der jungen Menschen durch die Lehrerin, durch den Lehrer, durch einen schwierigen Text doch durchzugehen und am Ende übersetzen zu können. Und das davon dürfen wir nicht ablassen. Wir müssen auch aufpassen, dass wir uns am Ende nicht wundern, dass sie als Befürchtung haben, dass es passiert, weil wenn wir alles und alle sagen, ja die Digitalisierung der Schule, jetzt kaufen die überall iPads, das ist doch alles Elektroschrott. Es war absehbar, ja wer pflegt die denn? Wer pflegt denn diese iPads an den Schulen? Das muss ja mal einer sagen. Ich habe lange in Hessen gelebt, um das angeschaut, in Hessen gab es mal ein Modell mit zwölf, mit autonomen Schulen. Da hat man die Kunden, die sich bewerben, das auch gemacht, hat man eine besucht, die hatten folgendes gemacht, die haben gesagt, wir haben hier hohe IT-Ausstattung, das ist auch für unsere Ausbildung wichtig, die haben Naturwissenschaftlichen Zweig. Und das ist gepflegt worden von einem Oberstudienrat, promovierter Physiker. Und da haben wir gesagt, das ist ja Quatsch, der konnte, weil der dann autonome Schule war, konnte er die Budgets einsetzen. So, was hat der gemacht? Der hat dann mit einer IT-Firma, Dienstleistungsfirma, beauftragt, dass die das machen und die Kapazitäten, die pädagogischen Kapazitäten frei wurden. Also wenn wir denen jetzt alle nur die iPads in die Schulen stellen, und ich kann genau sagen, was dann passiert, dann geht das Erste nicht mehr, das Zweite nicht und dann sagen die, ja kurz, schmeiß weg, hol die Bücher raus. Das ist aber auch gar nicht der Verlust, weil der Umgang mit diesen Geräten, das ist heute, ist ja schon Kulturtechnik. Also, während der Schwangerschaft, Mutter spielt schon rum, da lernen jetzt ja gleich mit. So, insofern, ja, ist ein bisschen spaßig, aber was ich meine ist, wir müssen bei bestimmten Dingen aufpassen, dass wir nicht Parolen hinterherlaufen. Die Frage ist immer, was ist das pädagogische Konzept, nicht was ist Technik. Natürlich ist es wichtig, dass ich WLAN in der Schule habe, weil wenn ich denn dann beschärfe oder wenn ich eine Bebildung mache oder wenn ich irgendwelche Interaktionen mache, wo ich Quellen suche, das ist alles ganz toll, das kann man heute anders machen. Man muss nicht mehr, wie noch zu unseren Zeiten, die Karten aus dem Kartenraum holen, bis man, bis die, man war mal halb verletzt, wenn man die aufhängen wollte und so. Bei uns hatte ich mal, an der einen Schule kam nicht dran, hat der neue Vorrest Schreck in die Hose gemacht und das war ganz furchtbar. Also das passiert heute alles nicht mehr, aber der Rest ist pädagogisches Konzept. Ich glaube, darauf müssen wir aufpassen, nicht erzählen zu lassen, dass die Technik die Inhalte bestimmt und die Pädagogik, sondern das Nutzen, Medienkompetenz lernen, das ist sicherlich wichtig, aber über die technischen Fragen wollen wir die geringsten sorgen. Das ist ja so schnell. Das ist so wie beim Skifahren. Wenn wir drei Jahre Skifahren können Sie sagen, mit 90 noch und Digitalisierung, wenn Sie Native, Digital Native sind, geht es auch schnell. Das ist nicht das, was wir in der Schule in den Mittelpunkt sind. Vielen herzlichen Dank. Ich entnehme der Zurückhaltung heute Abend, dass Sie alle zu den Büchern greifen wollen und nachher weiter studieren, aber wir werden das auch versuchen, Ihnen zur Verfügung zu stellen, was Sie heute da an der Leinwand gesehen haben, dass Sie, ich glaube, das sind oft wichtige Botschaften und klare Botschaften, nicht nur die letzten beiden, die uns alle ermutigen, dass wir nicht zu sehr in Panik verfallen. Ja, vielen herzlichen Dank Ihnen und Ihnen fürs Kommen. Nutzen Sie die Chance der Bücher. Applaus 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 Applaus